Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen, aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei, da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal, denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Ha, da bist du. Ich hör dich doppelt. Wie war dein vorheriges Interview? Ich will ja mal fragen. Ich würde es gar nicht direkt Interview nennen, war ein nettes Gespräch. Achso, ja, ich weiß gar nicht, worum ging es denn da? Naja, im Endeffekt so ein bisschen, wie ist es eigentlich im linearen Fernsehen so ein richtiger Moderator zu sein? So richtig mit Verantwortung und krassen Gästen und zwei Millionen Zuschauern. Das ist schon insane eigentlich. Wie hieß der Moderator nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Louis Klamroth. Louis Klamroth. Und der ist, äh, der ist krass, sagst du? Ich definiere jetzt krass. Also es ging jetzt ja vor allen Dingen darum, dass dieser Job krass ist. Wie lange wartet er das schon? Na, schon einige Jahre. Der war vorher bei NTV, hat er uns heute mal erzählt und ist dann sozusagen die Rutsche rüber dann zu einem ziemlich renommierten Format. Also ich finde, das ist schon beachtlich, wenn man hart, aber fair moderieren kann. Also ich habe das als Jugendlicher halt viel geguckt. Das war so die einzige Verbindung zur Politik vom Land aus irgendwie. Du warst, also du warst gestern das erste Mal da, ne? Das erste Mal generell im linearen Fernsehen. Und wie war's? Also ich war todesaufgeregt, wirklich. Hat man dir ehrlich gesagt nicht angesehen? Ich habe's live geguckt. Ich habe, ich möchte, nee, Moment, ich muss das korrekt auch sagen. Ich habe's live Copyright Infringement gestohlen. Ich habe's pirateriert. Also ihr habt's live direkt gestreamt? Mhm. Oha. Und was war so die erste Reaktion drauf? Wie hat euch das gefallen, so das Gesamtkonzept? Ich kann jetzt natürlich nicht für jeden Nutzer sprechen, der im Chat das mitgesehen hat, aber meine persönliche Position am Ende war, Sascha Lobo hat zu viel geredet. Der FDP-Typ hat zu viel TikTok empfohlen. Ganz oft hat er gesagt, alle müssen sich TikTok installieren. Ja. Das war komisch. So ein bisschen Bot, ne? Ja, war ein bisschen komisch. Das hat ein bisschen zu viel. Ähm, und wenn diese beiden Sachen weniger gewesen wären und vor allen Dingen, wenn Sascha Lobo weniger Redezeit gehabt hätte, dann hätte ich mehr von der Schuldirektorin gehört. Die war übel krass. Die, also die Leiterin da, die hat, das ist einfach, das sind die Personen, bei denen du zuhören musst. Weil wenn, was die sagen, das ist der Burner, ähm, deine Kollegin, äh, dessen Namen ich jetzt auch nicht mehr habe, die auf TikTok diese Reactions macht. Hara. Genau, sie, die war auch sehr, sehr stabil. Und, äh, allgemein, ähm, äh, hätte ich mir da noch mehr, ähm, ich hätte einfach von den, von den, von den Leuten, die am Puls irgendwie sind. Ich, Lauterbach hätte man auch ausladen können. Der hat nur irgendwas bezüglich seiner Cannabis-Lobby-Scheiße gesagt, muss man mal sagen. Also, ich weiß nicht, der ist natürlich da, weil er besonders viel Hetze erfährt. Aber, ähm, weiß ich nicht. Ne, das war der Aufhänger der Sendung. Ja, aber. Also, dass man im Endeffekt quasi einen Grund hat. Also, das, und das verstehe ich schon, dass das sehr schwer ist. Du hast halt eine Zielgruppe, die sehr alt ist. Und musst jetzt quasi den Leuten mit Gesichtern, die sie kennen, das Thema aufschließen und dann überleiten zu Menschen, die sie nicht kennen, aber die das Thema ein bisschen näher irgendwie am Puls der Zeit fühlen. Also, ich verstehe schon, was da hinter dem Konzept steckt, aber ich glaube, dass man das aus unserer Perspektive nun überhaupt nicht verstehen kann, warum man das so aufgegriffen hat, das, ähm, das liegt auch im Sinne dieses Konzeptes, ne. Und ich habe, ähm, eine Kritik im Feuilleton in der SZ gelesen, das war quasi die komplette gespiegelte Realität von dem, was wir jetzt gerade besprechen. Also, wirklich komplettes Gegenteil. Der Einzige, der Verstand hatte, war Sascha Lobo und den Rest hätte mal ausladen können, vor allen Dingen diese YouTuber und TikToker. Ja, gut, also, da darf sich die Süddeutsche gerne mal, äh, also, ich würde da auf Gottlos auf Montag gehen jetzt, aber ich lasse es mal, ich lasse es mal, dann bleibt das Video auch monetarisiert, ähm, die, das, ich sehe das vollkommen anders. Also, es gibt nichts, also, Sascha Lobo, der kann ja, wenn er den Drachenlord mal wieder 500 Euro spendet, gerne noch eine Donation-Nachricht hinzufügen, aber ansonsten ist das ja, ist das, fand ich es relativ austauschbar. Das Einzige, was ich da sehr interessant fand... Habt ihr Brief? Habt ihr... Ich habe jetzt mit Sascha Lobo Streit, sicher. Aber das ist ja egal, das ist ein Spiegeljournalist, das ist eigentlich egal. Also... Also, das war jetzt innerhalb von 30 Sekunden, war das schon echt mal wieder so eine Begründung, warum es gut ist, dass du geflohen bist irgendwie, ne? Ja, ich denke nicht... Hässer überall, an jeder Ecke. Ich denke, äh, ich denke, ähm, was das angeht, ist halb so wild. Also, ich will nur sagen, dass wenn man, das Einzige, was mir bei Sascha Lobo besonders gut gefallen hat, ist der Döner-Kommentar zu Söder. Der war, der war... Der war sehr elegant, hat mir sehr gut gefallen. Da muss man auch credits where credit is due. Ähm, ich möchte auch gar nicht in den persönlichen Streit mit Herr Lobo treten. Bitte machen Sie, schreiben Sie keinen Hitpiece gegen mich. Oder wenn Sie es machen, dann schreiben Sie es bitte so wohlwollend formuliert wie beim Drachenwort. Ähm, bitte, bitte, bitte nicht. Ich fand, er hat einfach nur zu viel gesprochen. Und die Tatsache, der soll bitte noch mal erklären, und das habe ich nicht ganz so verstanden, woher das mit den Emojis kommt und warum das mit dem Brokkoli war. Weil ich maße mir an, zu sagen, der Brokkoli wird nicht mit Cannabis gleichgesetzt, weil das ein Emoji bei WhatsApp ist und das so lustig benutzt wird, sondern weil eine Drogenbeauftragte in der Vergangenheit gesagt hat, ähm, ja, das ist ja, Cannabis ist ja verboten, weil ist ja auch kein Brokkoli. Und das war irgendwie der Aufhänger. Ja, das hatte ich, das hatte jetzt, äh, bei Louis auch nochmal gesagt. Und das ist halt auch immer das Problem bei Talkshows, selbst, also wenn die Leute dieselben Gedanken haben, dann kommt trotzdem immer nur der zu Wort, der auch am dollsten reingeht, ne, und am härtesten, ähm, konfrontativ seine Position durchdrückt. Beziehungsweise der, der es am richtigen Zeitpunkt durchdrückt. Und das war eben so der Punkt mit der Medienkompetenz. Du konntest das ganze Thema wegnehmen und einfach nur Medienkompetenz hinsetzen, weil es eigentlich die Grundlage von allem, was man zu diesem Thema diskutieren kann, ist, ne. Wie doll lässt man sich von Propaganda auf Social Media verarschen? Wie sehr muss man aufpassen, was die Kinder im Netz tun? Beziehungsweise wie kann man denen das beibringen? Oder wie kann man überhaupt einen Überblick darüber behalten, was Kinder im Netz konsumieren? Und, und, und. Die Grundlage ist immer Medienkompetenz. Und, ähm, das konnten wir auch nicht anbringen. Und die Schulleiterin ist da meiner Meinung, man müsste erstmal Fächer abschaffen. Man müsste diese ganzen Fächer erstmal abschaffen, die Grundlage auf Informationsverarbeitung und, ähm, Mediennutzung sozusagen legen und da drauf dann alles aufbauen. Weil was bringt denn dir das faktuale Wissen von zehntausenden Sonderdisziplinen, wenn du überhaupt nicht weißt, wie du in dieser aktuellen Welt, in dieser sich sehr schnell bewegenden Welt, Informationen verarbeitest und aufnimmst? Weil das ist ja eigentlich die, die Quintessenz. Es geht ja nicht mehr darum, dass du's hier in deinem Kopf hast, sondern dass du weißt, wie du mit Sprache und mit, mit, mit technischem Wissen diese ganzen Dinge verknüpfst. Ja. So, das ist meine, meine Theorie, die ich eigentlich mit an den Tisch gebracht habe, aber das ist dein, die Zeit. Ja, die Zeit. Ähm, und da, also das, das hat mich so ein bisschen amüsiert, hat mich dann, glaub ich, auch dein Einruf, als er erklärt hat, was mit den Auberginen gemeint ist, hast du, glaub ich, gerufen, ach so, machst du das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du warst das. Ich maße mir an, dass ich deine Stimme gehört habe, dein Mikro war an, und du hörst, dein Mikro war an, und ich habe gehört, ach so. Ja, also, ich hab mit Tara so ein bisschen gelästert, so zwischendrin, und ich hatte, ich hab, ja, ich hab gedacht, ich hab gedacht, man hört das nicht. Hat man aber gehört, hat man gehört. Scheiße. Aber war gut, war gut. Ich hab, ich hab mir in dem Moment gedacht, das hätte vielleicht bei dem Cannabiseinwurf noch ein bisschen mehr Sinn gemacht, aber das, also, da war offensichtlich, äh, ein bisschen, war ein bisschen falsch, aber ist ja auch scheißegal. Ähm. Wieso, wieso reden wir eigentlich? Genau. Sag mal. Ja. Ich hab dich, ich hab dich ausgetrickst. Du bist jetzt hier in meiner Sendung, eigentlich hab ich keine Sendung, aber ich hab dich, äh, unter einem Vorbehalt hergeholt. Du hast mir überhaupt nicht gesagt, warum. Richtig. Das war der Vorbehalt. Ähm. Das ist, das ist, das ist, so funktionieren Vorbehalte aber nicht. Ich hab, ich hab dich ins, ich leere laufen lassen. Nee, pass auf, folgendes. Ähm. Ich habe, ich habe folgendes. Ich habe, ähm, wir haben ja jetzt uns ausgetauscht, auch noch, ich weiß nicht, ob du das mal erzählt hast, aber ich hab's mal erzählt, äh, im Zuge deines Wechsels in Funk haben wir auch mal miteinander geschrieben. Und, äh, Inhalte jetzt egal, aber, ähm, das, da hab ich dann nochmal, haben wir ein bisschen miteinander uns ausgetauscht und dann hab ich dein erstes Funkvideo gesehen, ähm, das Ende der Wokeness. Und dieses Video hab ich jetzt als Aufhänger für mich genommen, weil ich am Ende dieses Videos, ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Reaktion hochgeladen habe oder ob mein Cutter geschlafen hat, ähm, als Ende, am Ende dieses Videos hatte ich Fragen, die man beantworten kann, wenn man deine Standpunkte kennt. Und das ist so mein Aufhänger für dieses Gespräch. Ich, ähm, habe, ich habe mich jetzt natürlich gerne vorbereitet. Ja, das ist aber, da musste ich gar nicht, und das ist das Ding, ich wollte auch gar nicht, dass du dich vorbereitest, weil das gar keine Vorbereitung, keine, weil es gar keine Vorbereitung erfordert. Okay, also es geht jetzt nicht um die Herleitung des, des, der Theorie über weiße Superjuden aufgrund von der Konzeption. Nee, absolut nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht jetzt. Es geht jetzt so, hu, lass mich ganz kurz meine Quellen checken. Ja. Ich will, ich will nicht über Quellen reden oder irgendwas anderes. Ich werde vielleicht ein paar Worte dazu verlieren, weil ich, weil das relevant ist und vielleicht auch ein paar Gedankengänge zu erklären. Aber ich hatte das Gefühl am Ende dieses Videos, dass viele Punkte, viele Fragen, die ich hatte, einfach geklärt werden, wenn ich mehr wüsste, was deine Standpunkte sind zu gewissen Themen. Und ich habe immer den Eindruck, dass du sehr gut objektiv in deinen Recherchen, aus den Informationen, die du hast, etwas herleitest und den Leuten das dann präsentierst, mit deiner Art, so wie du da halt bist. Aber manchmal fehlt mir eine persönliche Komponente, eine persönliche Komponente, um zu verstehen, wie du das meinst. Verstehst du? Also ich, gewisse Dinge, gewisse Dinge kann ich einfach nicht einordnen, wenn ich nicht weiß, wie du dazu stehst. Aber, aber schau, das ist ja der konzeptionelle Unterschied zwischen, zwischen einem Meinungsstück und einem Informationsstück. Also, dass man zweitesgehend verhindert, die eigene Perspektive da durchscheinen zu lassen. Ja. Und dass man eben versucht, natürlich ist auch das Auswählen von Informationen für diesen Gedankenfluss schon was Persönliches, klar. Also, man kann nie 100% neutral sein, weil du kannst ja nicht die gesamte Fülle des Kosmos in das eine Video gleichermaßen einfließen lassen. Also, die eigene Sichtweise oder die Sichtweise eines Teams, das da dran arbeitet, führt natürlich dann zu einem Ergebnis, klar. Aber am Ende ist es trotzdem das Zusammenfügen von sehr vielen politisch auch unterschiedlichen Quellen, die dann zu einem Gesamteindruck führen. So, und der kann auch neutral sein am Ende des Tages. Also, ich habe beispielsweise auch, in dem Video sind auch sehr kritische, wokenesskritische, als auch sehr, also ich benutze das Wort natürlich auch immer mit Anführungszeichen, als auch sehr woke Quellen in diese, in diesen großen Trichter reingeworfen wurden, um am Ende dann so ein bisschen Apfelmus dann zu ergeben, den man den Leuten dann reinlöffelt. Weißt du, eine Sache, mit der ich, wo ich große Fragezeichen hatte, einfach bevor ich das Video gesehen habe. Ich dachte mir, wir haben ja vorher geschrieben und dann kam dieses Video raus und du hast angekündigt, ich bin jetzt übrigens irgendwie bei Funk. Oder ich bin jetzt da drin und mache jetzt für die jede Woche ein Video. Und da dachte ich mir, okay, krass, jetzt verändert sich was. Und die Frage, die ich jetzt hätte, hat sich denn schon was verändert? Also hat sich in deiner Arbeit, du hast am Anfang gesagt, da verändern sich gewisse Dinge, hat sich da schon was verändert? Prozessual auf jeden Fall. Also der Punkt ist, wenn ich es mal ganz bildhaft ausdrücken möchte, perspektivisch soll das qualitativ und vom Anspruch weggehen von dem, ich beschäftige mich mit dem aktuell heißen Ding und hingehen zu dem, ich beschäftige mich mit dem Ding, das einfach grundsätzlich eine Aktualität hat. Kannst du mir folgen? Also ich möchte jetzt ungern sowas sagen wie, ey, ich möchte das nächste Simplicissimus oder so darauf aufbauen, weil es ist natürlich total blöd, das damit zu vergleichen. Aber das ist natürlich ein fantastisches Vorbild und natürlich auch was, wo man aufblickt und da würde ich schon ganz gerne hinarbeiten. Also dass man quasi weggeht von, jetzt ist gerade das passiert, nächste Woche brauche ich ein Video dazu und hin zu dem, es ist eine große Geschichte. Aber beim Anzeigenhauptmeister ist das schon eine aktuelle Sache, die ja gemacht wurde. Genau, richtig. Genau, ich sage ja, es ist ja ein Prozess. Ah, okay. Also deswegen habe ich das auch so deutlich nochmal ausgedrückt, als ich das Video gemacht habe. Okay. Ich brauche noch Zeit, um diese Struktur aufzubauen. Also wir wissen erst seit jetzt, naja, es sind jetzt schon anderthalb Monate insgesamt mittlerweile, dass wir das machen. Und jetzt muss ich Leute einstellen, die gewisse Positionen übernehmen. Am 2. April fängt zum Beispiel mein Head-Autor an. Uh, das wäre ja die nächste Frage gewesen. Ich knüpfe einfach mal an, bevor du das beantwortest. Hast du schon Leute gefunden, die du einstellen kannst? Und wenn ja, wie viele? Und wie viele brauchst du noch? Also ich habe jetzt, wie gesagt, am 2. April startet mein Head-Autor, der einen Großteil von dieser ganzen Schreibleistung, sage ich mal, von meinem Schreibtisch abnehmen wird. Was nicht heißt, dass das ohne mein Zutun dann stattfindet. Aber es gibt einfach sehr viel Strecke, die da gemacht wird beim Sammeln von Informationen. Und wenn ich dann sage, okay, wir haben jetzt das Thema, die und die Perspektive mit den und den Quellen, das und das habe ich gelesen, guckt euch mal das und das noch an und schreibt mir mal dadurch die Quintessenz raus. Und dann konzipieren wir als Team zusammen sozusagen dieses Skript, das dann am Ende rauskommt. Dann ist das natürlich eine Arbeit, wo ich einfach ein, zwei Tage weniger selber arbeiten muss und mich um das, mehr um die Arbeit drumherum, um Kommunikation kümmern kann. Weil ein Großteil von dem, was ich mache, ist mittlerweile Kommunikation. Ich hatte heute fünf Stunden Konferenzen. Heute. Einfach so. Du bist der heiße Scheiß jetzt. Also sag mir doch mal. Das habe ich noch nicht mitgerechnet. Das kommt jetzt noch on top, also bevor wir jetzt in die Calls gekommen sind. Ist ja erstmal, ist ja eigentlich was Geiles, oder? Hey, auf jeden Fall. Also das ist jetzt einfach eine krasse Phase und deswegen habe ich, genau, nochmal zu der Frage zurück. Also was ich ganz, ganz dringend brauche, ist noch eine Redaktionsleitung, die diese Prozesse zwischen Redaktion und Produktion einfach verknüpft. Also dass es da so eine, auf der höheren Ebene sozusagen zwei Leute gibt, die zusammen diesen Überblick haben und wo ich dann sozusagen an deren Strippen ziehen kann und sage, ey, pass mal auf, ich brauche jetzt hier noch das und das und da und da fehlt mir der Input und ändert mal das und das um. Also dass diese ganze Kommunikation, die gerade komplett eskaliert, weil ja auf der anderen Seite noch die MDR Funk-Redaktion dranhängt, mit denen wir ja auch regelmäßig im Austausch sind. Dadurch sind so viele Kommunikationskanäle, dass ich eigentlich nur noch telefoniere. Und das, also am Ende, ne, durch diese, durch dieses Drumherum fehlt mir sukzessive immer mehr Zeit, die ich eigentlich in diese Beiträge stecken müsste. Wie viele Leute brauchst du insgesamt? Du hast jetzt zwei genannt. Ich habe im Gesamtkonzept jetzt nicht mit Festangestellten verwechseln. Ich habe insgesamt elf Leute, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite und die meisten davon sind eben freiberuflich. Freie Mitarbeiter. Genau, freiberuflich. Okay, erstmal cool. Stay schreibt mit für seine Bewerbung. Ich schreibe mit gerade. Stay. Nee, ich merke mir das einfach besser, wenn ich es kurz aufschreibe. Und ich muss mir ein paar Sachen merken will ich. Einfach auch später. Ich habe mir auch so ein paar Sachen an. Eine Frage, die ich habe und die habe ich auch so aufgenommen beim Fazit, das ich letztens bei der Reaktion gegeben habe. Und ich frage es einfach mal, warum ist das erste Video, was du beim Funk machst, ein ziemlich, also titeltechnisch, ich meine, ich weiß, wie YouTube funktioniert. Wir müssen uns alle nicht vormachen. Das ist alles ein bisschen reißerisch und clickbaity. Aber ich hatte das Gefühl, es hat ein gewisses Geschmäckle, wenn das erste Video ein ziemlich derbes, das Ende der Wokeness Titel hat. Warum ist das so? Was würdest du schätzen, was der Hintergrund ist? Naja, meine Interpretation, die ich jetzt auch noch nicht geteilt habe, war, der Grund dafür ist, dass du gegen die arbeitest, die dir eventuell vorwerfen, dass sich der Kanal jetzt in eine linke, linksextremistische, woke Richtung bewegt. Aber ich kann das halt auch nur deuten. Darum ist es viel relevanter, warum du das erste Video genau so genannt hast. Also der... Oder der erste Titel. Warum ist dieses Video in der Form das erste gewesen? Ein Grundkonzept von dem, was ich mache, ist ja, die Leute mit den Titeln zu triggern, reinzuholen, etwas zu problematisieren am Anfang und dann sukzessive wie durch so einen Trichter in die Thematik eintauchen zu lassen. Also in das, was dahinter steckt. Und wer sich das Video bis zum Ende angeschaut hat, der wird merken, dass wir auf sehr viele Punkte eingehen und dass wir auch bei kritischen Sachen nicht Halt machen und sagen, es ist alles kritisch, sondern weitergehen, auch die Frage klären, was ist eigentlich gut da dran. Und dass ich diesem, in Anführungszeichen, Wokeness-Thema gegenüber sehr kritisch bin, das ist ja nichts Neues. Also das ist meine Haltung, das war schon immer meine Haltung. Und das aber zu verarbeiten in einem Gesamtstück war mir zum Beginn bei Funk auch eine Art Testballon für diese Zusammenarbeit mit Funk. Weil ich wollte natürlich auch herausfinden, kann ich denn etwas so Provokatives jetzt als erstes ins Netzwerk reinstellen? Und also ich glaube, ich habe die krassesten Vorbehalte in dieser ganzen YouTube-Gemeinschaft, weil alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, ey, super geil, ich habe überhaupt keine Bedenken, hast du ja auch gesagt. Und ich so, ey, ich habe super Schiss, ich habe super Schiss, was alle draußen sagen, was ich jetzt machen kann. Ich glaube, ich habe mich da auch ein bisschen selber reingeredet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil ich viel Zeit ja damit verbracht habe, so Content zu analysieren, der eben auf Funk einschlägt und sich eben mit dieser anderen Seite beschäftigt. Und dadurch ist natürlich die eigene Perspektive auch so, ey, alle hassen Funk einfach so krass, du verbrennst dich jetzt komplett, wenn du da beitrittst. Aber das ist ja wieder eine Perspektive, die von einer Zielgruppe dominiert wird, dem man eigentlich da nicht den Diskurs überlassen sollte. Also, dass die Funk, die Verbrecher sind, das kommt ja ganz klar aus einer bestimmten Richtung. Deswegen bin ich ja auch zu Funk. Also, wenn ich diesen Diskurs denen überlassen wollen würde, wäre ich ja weiter unter eigener Flagge gesägt. Aber ich glaube, dass das ein Merch ist, der sehr, sehr sinnvoll ist. Du hast auch gesagt eben gerade, deine Haltung bezüglich Wokeness ist ziemlich klar. Da würde ich, ich nehme das einfach mal als Aufhänger für etwas, das gleich noch kommt. In dem Video, also neben den ganzen Informationen, die da reinkommen, ist für mich auch ein zweiter Punkt, den ich nicht verstanden habe. Warum zur Hölle hast du Alicia Joe eine Begriffsdefinition von Wikipedia ablesen lassen? Wie richtet sich die Kritik an den Inhalt oder an den Umstand, dass es Alicia Joe ist, die dabei war? Also, ich persönlich, erstmal, ich kann mit Alicia Joe nichts anfangen. Einfach, weil die ein bisschen für mich zu viel Tokenarbeit macht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will das gar nicht so festmachen. Mich hat es einfach nur irritiert. Und so ist das in dem Video auch rübergekommen. Du schreibst in dem Moment die Antonio Amadeus Stiftung, hast du, glaube ich, angeschrieben, hast gesagt, definiert das mal für mich. Und ich dachte, okay, die haben gesagt, wissen wir nicht und benutzen wir nicht. Und ich dachte an dem Moment, okay, dann wird er einfach die Begriffsdefinition nehmen, die halt irgendwo ist. Aber warum musste das Alicia Joe vortragen als Expertin? Weil sie ist für mich eine Meinungs-YouTuberin. Und du hast eben gerade gesagt, dass du Meinung ja versuchst auch so ein bisschen rauszulassen. Ich lasse jetzt einfach mal raus, ob das, was sie gesagt hat, an gewissen Punkten, ich lasse das fachlich jetzt mal unbewertet. Aber für mich ist Alicia Joe eine Meinungs-YouTuberin. Du bist ja an dem Punkt schon dran. Also du hast den Grund ja eigentlich schon aufgeschlüsselt, jetzt selber mit dem, was du jetzt aufgezeigt hast. Am Ende des Tages sind es zwei Kulturkampfpositionen in der Außenwahrnehmung. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung ist sozusagen das große Feindbild, und zwar schon jahrelang, der Anti-Voken bewegt. Also ich muss jetzt echt in solchen großen... Von Recht, also von Rechtsextremen eigentlich viel. Auch viel von Rechtsextremen bis hin zu Leuten, die gemäßigt sind und einfach nur quasi so Einzelkritik üben und sich davon mitziehen, wie auch immer. Also es ist so ein Feindbild. Und Alicia Joe ist auf der anderen Seite ein Feindbild. Und ich habe das mal gegenübergestellt als allererstes für dieses Video. Du kommst in das Video rein, das Ende der Woken ist, die ist vorbei. Und auf der anderen Seite, sag mal, dieser Wichser, was soll das jetzt, um diese Extreme aufzugreifen. Dann komme ich mit diesen beiden polarisierenden, also mit diesen beiden Polen in der Diskussion. Vielleicht nicht von dem, was sie sagen, aber von dem, wie sie wahrgenommen werden. Lass die clashen und sie clashen komplett, weil die einen sagen, wir reden gar nicht auf dieser Ebene. Und auf der anderen Seite kommt eine Definition. Und dann gehe ich ja rein. Und dann fängt es ja an, diese Aufschlüsselung. Also das ist, es fühlt sich ein bisschen jetzt so, die Videos sind von vorn bis hinten durchkonzeptioniert. Da passiert ja jetzt nichts, was nicht vorher geplant ist, weißt du. Und es fühlt sich jetzt ein bisschen dreckig an, das so ein bisschen aufzuschlüsseln, zu erklären, wie Leute, denen das nicht so richtig auffällt, wie der Ablauf ist, da manipuliert werden dadurch, dass sie halt einfach zum einen auf den einen populistischen Punkt oder diesen einen Pol stoßen und auf den anderen und das dann alles verquirlt wird und dann es erst anfängt. Also das ist wie so ein, wie ich vorhin meinte, das ist ein Trichter. Du fällst oben rein und am Ende wirst du quasi auf das Wesentliche so runter reduziert. Okay. Also ich habe noch, also ich verstehe den Ansatz, also wenn der Ansatz der ist, einer Gegenseite die Stimme zu geben oder einer angeblichen Gegenseite, Bruder, dann überlege ich gerade, ob Alicia Jo gegen Borgnes ist oder ob sie das wirklich darstellt, denn jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Also dass sie so dargestellt wird, zeige ich ja sogar anhand von Screenshots in dem Video. Ja, dass sie so dargestellt wird, auf, in unter einem Twitter-Thread oder so. Aber ganz ehrlich, wer ist denn noch so, also wer ist denn noch so sehr... Frag doch mal Aljoscha oder so. Also es gibt doch, es gibt doch viele Leute... Ich verstehe, darum habe ich auch, ich bin persönlich auch, und ich muss das ganz transparent machen, ich bin auch kein Freund von ihrer Arbeit, ganz und gar nicht. Ich fand das mal interessant, aber das hat einen komischen Turn genommen. Also ganz, ganz kurz, bevor du weiter in die Fragen einsteigst, vielleicht mal von mir persönlich gesagt. Also ich habe Kontakt zu Alicia und wir schreiben regelmäßig über Inhalte und wenn da was ist, wo ich sage, ey Alicia, passt mir auch nicht, rede ich auch mit ihr darüber und wir tauschen uns da aus und wir telefonieren auch und ich weiß, wie die Intentionen mancher Beiträge sind und ich weiß, wie manche Sachen so rüberkommen. Ich persönlich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass sie es absichtlich, wie du es gemeint hast, da Token spielt oder so. Das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen. Das ist ja deine... So weit würde ich sie aus dem persönlichen Kontakt heraus jetzt mal verteidigen an dieser Stelle. Und ich weiß auch, wie sie damit struggelt, dass sie eben dann auch von anderen ausgelegt wird. Also es ist jetzt meine persönliche Einschätzung an der Stelle. Deswegen, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gezielt jemanden wie ein Ketzer der Neuzeit genommen hätte und Vokeness definiert habe. Okay, dann hätten wir aber ein anderes Gespräch geführt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde... Das ist es nicht, das ist es nicht. Ich finde innerhalb der, und so handhabe ich das ja auch in politischen Diskursen, alles, was im demokratischen und auch nicht menschenfeindlichen Rahmen sich befindet, ist eine Position, die gehört werden und diskutiert werden muss. Ja, das darum geht es ja auch, das geht ja auch gar nicht jetzt hier den Hebel aufzumachen und zu sagen, wie kannst du mit Alicia Jo sprechen? Ich fand es nur eben gerade interessant, dass du gesagt hast, du willst Meinungen nicht reinbringen und ihre Positionen und ihre Videos bauen schon viel auf ihrer Meinung auf und auf ihren Positionen, auch wenn sie sich immer wieder Cherrypicking-Artikel-mäßig zusammensetzt und studieren. Das ist eine ganz andere Sache. Ich nochmal, das ist meine Position, die sich auch im Rahmen dieses demokratischen Prozesses bewegt. Und ich finde das... Ja, richtig, aber der Anfang des Videos ist ja nicht relevant. Also das ist ja wirklich... Genau, ich wollte es von dir nur wissen, ich wollte von dir nur wissen, warum hast du das ausgewählt? So, und du hast jetzt gesagt, naja, ich halte irgendwie einen gefühlten Gegenpol, der irgendwie kein Gegenpol ist, aber der so wahrgenommen wird. Und das finde ich, ist ja eine Antwort. Und schau, und das ist ja der Punkt, wo sind Gegenpole? Was sind da die Gefühle? Wer hat da eine Deutungshoheit über irgendwelche Begrifflichkeiten? Das verschwimmt alles und vor allen Dingen hängt das auch viel zusammen mit der Interpretation von außen. Und das ist an diesem Thema so enorm interessant, weil da ja auch viel durch die Propaganda verfremdet und verzerrt ist. Okay. Jetzt auf den Punkt mal einzukommen. Du hast gerade gesagt, deine Haltung zu Wokeness ist klar. Was ist denn deine Haltung dazu? Die Frage ist ja, was ist jetzt Wokeness? In welchem Rahmen definieren wir das? So, und jetzt kommen wir zu einem lustigen Spielchen, das wir regelmäßig spielen. Was ist denn Vogue? Was ist denn Vogue? Da könnten wir jetzt eine ewige Debatte drüber führen und das ist etwas... Aber das ist ja Inhalt dieses Videos. Ja. Das ist ja Inhalt dieses Videos. Also wir gehen anhand dieses Videos sukzessive durch diese Begrifflichkeiten durch. Wir gehen, ich nehme Claudine Gay in Schutz. Stay in diesem Video. Alles, was logisch ist und was absolut rational nachvollziehbar ist, wie beispielsweise diese Aussage, das kommt auf dem Kontext an. Wenn du da durchgehst, durch das, was in diesen, in die Faderrufen und so weiter, was in diesem ganzen Komplex da drin steckt, dann kommst du zu einem Ergebnis, das mit Populismus nichts mehr zu tun hat, sondern auf den Kern, auf das Faktuale zurückkommt. Und das ist das, was ich kritisiere. Ich kritisiere Dinge, die nicht faktual sind und die von Emotionen oder von, ich sag mal, politischen Statements geleitet werden. Und das ist das, weswegen ich an diesem Wokeness aus dieser kulturkämpferischen Perspektive, dass ich da ein Problem habe. Ich habe kein Problem mit Faktualität. Ich habe ein Problem damit, wenn es dann eben politisch und emotional aufgeblasen und dann für Kulturkampf verwendet wird. Und das ist ja die Position, die ich da versuche darzustellen. Es gibt in jedem dieser Konzepte die richtigen Ansätze, aber es wird übertrieben. Es wird übertrieben und das ist das, was ich kritisiere. Deswegen sage ich ja auch dieses Pendel. Wenn du dir diese Pendelbewegungen, die ich am Ende nochmal erkläre, dass das Pendel zu weit geschwungen ist, aber ich sage, es soll gestoppt werden, bevor es zurückschwingt. Also wir haben diese Progression und die ist gut, aber es muss immer im Medias Res bleiben. Und jedes meiner Videos ist eigentlich im Medias Res. So einfach ist es. Ja, ich will da auch gar, es geht ja auch nicht um die, also es gibt um, diese Ansätze im Video sind halt, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, diese Ansätze im Video sind halt für mich nicht so klar, wie du vielleicht glaubst. Aber das ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Und ja, das ist meine persönliche Einschätzung. Darum sprechen wir miteinander. Ja. Das ist ja offensichtlich. Also nicht offensichtlich, aber vielleicht ist es jetzt nochmal offensichtlicher. Es ist nicht so klar, wie vielleicht ein intelligenterer Mensch, der das Video gesehen hat, es verstanden hätte. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ich maße mir da gar nicht an, das zu richtig zu deuten. Nö, das kann ja auch mal passieren, das war ja auch schon mal letztens so. Genau, ich habe mehrere Momente, wo ich einfach das Gefühl habe, dass ich zu dumm für Parabele-Retrovicis bin. Aber du, der Punkt ist, an dem Video hätte natürlich, es hätte nicht geschadet, wenn man einen Tag länger dran gesessen hätte, die Sprache und die Struktur der Sätze zu vereinfachen. Also das ist richtig. Das ist tatsächlich so ein bisschen der Zeit geschuldet, die in der Arbeit steckte, weil ich mir vier Tage vor Release überlegt habe, ey, lass mal dieses Video machen. Ich habe eine Sache, bei der ich vielleicht mal ganz kurz erklären will, warum ich gewisse Dinge vielleicht nicht verstanden habe. Die Analyse und Herleitung von der Entwicklung des Begriffes, jetzt mal dahingestellt, das basiert ja alles auf Informationen, die frei im Internet umher kursieren. Wann ist was woke, wo kommt es her, in den 30ern, die schwarze Bürgerrechtsbewegung und so weiter und so fort. Ich habe halt, was mir nicht so ganz, was mir dann, also beispielsweise hast du gesagt, ja also der Martin Luther King, der war ja irgendwie auch woke. Aber der war vielleicht woke aus der Zeit, in der das da war. Aus der Betrachtung von 2024 ist er das halt ganz und gar nicht, weil ja alles links von Mitte rechts broke ist. Dieses Wort ist ja keine Eigenbezeichnung mehr, sondern es ist eine Fremdbezeichnung, die benutzt wird. Exakt, genau. Aber das ist ja auch Aussage meines Videos. Die benutzt wird, um, und ich hole das jetzt einfach mal ab, vielleicht, wenn ich das, dann habe ich es nicht richtig verstanden, dann wird das jetzt hier eine Wiederholung. Es ist ja ein Begriff, der Leute unter einem Banner zusammensetzt, die gegen alles irgendwie sind, was links von der CDU ist. Was in irgendeiner Form eine progressive Idee hat. Also ob sie nun tatsächlich progressiv ist oder was den Anschein macht, als wäre es progressiv. Als wenn jemand, wenn jemand ein Fahrrad fährt, ist das zu woke. Wenn jemand die Grünen wählt, ist das zu woke. Wenn jemand in ein Elektroauto fällt, ist das zu woke. Es gibt eine unglaublich große Spannweite. Das ist alles. Es ist, alles ist irgendwie zu woke. Und darum, und darum frage ich mich, und du hast diese Pendelbewegung angesprochen. Was für eine Pendelbewegung meinst du, wenn du sagst, das Pendel schlägt nach links und es fällt dann zurück? Weil ich sehe keine Pendelbewegung nach links. Ich wüsste auch nicht, wie die sich darstellt. Und ich habe mich danach auch gefragt, ist die Pendelbewegung der Sinn? Also du meinst, es gab keine, Moment, stopp. Es gab keine politische Entwicklung von den 90ern bis zu den 2010ern in eine progressivere Richtung allgemeingesellschaftlich in Deutschland. Es gab Versuche, das immer wieder progressiver zu machen. Und es gab auch progressivere Ideen. Aber du meinst also diese, das... Weißt du, weißt du, im Endeffekt ist doch die ganze Scheiße, die gerade passiert... Helmut Kohlschutz. Ja. Also ja, also da auf jeden Fall, also ja schon. Gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Aber die Merkel-CDU hat so sehr viel Unmut in politisch... Also wir müssen ja das Wort rechts dahingehend mal als so definieren, dass man es in einem demokratischen Rahmen auch sein kann. Ja. Dass die, die demokratisch rechtsorientiert sind, sich dort nicht mehr aufwohl gefühlt haben. Hans-Georg Maaßen ist so ein Paradebeispiel dieser Personen, die mal irgendwo im normalen Parteiensystem verhaftet waren, mittlerweile rausgefallen sind durch diesen Change. Und dass dieser Change stattgefunden hat, das ist eben etwas, das viele Leute aus der CDU in eine neue Sammelbewegung getrieben hat. Und die hat sich dann irgendwann radikalisiert. Und das liegt daran, dass die CDU einfach nicht mehr in diesem ganz relativ... Also es darf nichts mehr rechts von der CSU-CDU geben sozusagen. Dass sie eben nicht mehr dort standen, sondern ein Stück weit in die Mitte gerutscht waren, weil Angela Merkel eine mittige CDU haben wollte. Und da sind einfach ein paar Leute rechts runtergefallen. Und das ist dieses Potenzial, das da entstanden ist, was uns jetzt politisch Probleme bereitet. Was jetzt dazu führt, dass die CDU versucht, wieder panisch nach rechts umzuschwenken und damit quasi diese andere Seite legitimiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das, was die Leute als eine kulturelle Veränderung empfinden, dass das von den 90ern bis in die 2010er nicht progressiv zu bewerten ist. Und das ist das, worum es geht. Das, worüber jetzt Leute, das, worüber jetzt, das, worüber ja auch in diesem Video debattiert wird, ist ja nicht, dass es plötzlich mehr Leute mit blauen Haaren gibt, sondern dass es Leute gibt, die es zu ihrer Identität machen, einen Kulturkampf zu führen auf Basis dessen. Und zu sagen, wir kämpfen jetzt ausschließlich dafür und es gibt nichts, was darüber geht, das stimmt nicht. Man muss abwägen. Das ist genau wie mit dem Protest der letzten Generation. Natürlich ist es wahnsinnig wichtig, aber es ist strategisch unklug, diesen Protest angeklebt auf der Straße zu führen. Außer man hat einen Traktor, dann kann man das. Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nur, dass es halt, es gibt halt einfach andere Mehrheiten und Verständnisse davon, wie man auch, sagen wir mal, politische Inhalte setzt. Und manche haben halt auch einfach einen Einfluss auf politische Gruppen. Also das ist ja ein Riesenthema, das da dahinter steckt. Ich wollte mit der Spitze jetzt auch keine Debatte auslösen, ehrlich gesagt. Ich mache nur immer dumme Sprüche. Aber ist diese linke Pendelbewegung für dich eine Merkel-geführte CDU? Das ist ein Teil dessen. Das ist ein Teil dessen. Das ist ein cultural shift, den wir gemerkt haben in den letzten Jahren. Also jetzt nicht in den letzten Jahren, weil jetzt geht es ja wieder zurück. Aber so grundlegend von den 90ern bis zu den 2010ern, safe, klar. Okay, aber wenn du sagst, es ist ein Teil dessen, was ist denn der andere Teil? Weil ich gehe mit, wenn ich sage, dass Merkel eine liberalere CDU oder eine weniger rechtskonservative CDU repräsentiert. Das verstehe ich. Mutti liegt mir auch am Herzen. Auch wenn sie durch die Tatsache, dass sie einfach Mutti war und nichts gemacht hat, halt auch ein bisschen kacke geworden hat. Ich wollte gerade sagen, also die Zeit wird zeigen, wie man das bewerten kann. Und mittlerweile zeigt sich da ist einiges, was uns jetzt sozusagen... Aber das ist ja auch wieder eine sehr subjektive Betrachtung. Was ist denn trotzdem, wenn du sagst, das ist ein Teil davon, was ist denn der andere Teil? Weil ich versuche zu verstehen, was diese linke Pendelbewegung ist. Denn das wird ja auch politisch immer anders genannt. Politisch wird es irgendwie den Linksruck genannt. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Was meinst du mit... Warte, der Link, das mit dem, der Pseudo-Linksrutsch ist natürlich ein Propagandakampfmittel im Kulturkampf. Also, dass es den nicht gibt und dass der offensichtlich nicht zu sehen ist, das ist klar. Darum geht es nicht. Also, da bringst du da jetzt was... Okay, gut, sehr gut. Das ist wieder was für mich, also diese Pendelbewegung, mit der Pendelbewegung ist kein politischer Linksrutsch gemeint. Nein, es geht... Wo Linksrutsch? Ja, ich weiß. Ich nehme mit den Affen vor. Wo Linksrutsch? Ich weiß. Wo ist er? Aber das ist eine Klarheit, die ich nicht hatte. Und vielleicht auch nicht, weil... Wir müssen, wenn wir das erklären wollen, woran das liegt, müssen wir viel tiefer einsteigen. Wir müssen einsteigen über die Möglichkeit von jedem sich im Internet... eine Stimme zu geben, Interessenverbände zu gründen, sichtbar zu werden, Einfluss zu erlangen und so weiter und so fort. Also, die junge Bevölkerung bekommt einen wahnsinnig großen Boost durch das Internet, durch die Möglichkeit, eben eigene Reichweite zu generieren und stattzufinden in den Medien. Junge Bevölkerung, meistens eher progressiv drauf, gibt ja jetzt wieder so diese Behauptung, dass es sich jetzt wieder changen würde, aber das ist wieder eine andere Debatte. Und das ist ein Rahmen, der im Zusammenhang mit der politischen Veränderung bei politischen Kräften, die das nicht so toll finden, auch gewisse Ängste hervorgerufen hat und dann wieder dazu geführt hat, dass diese politischen Kräfte aktiv werden, um wiederum einen Gegenschlag vorzubereiten. Und in diesem kulturkämpferischen Umfeld des Ringens darum, wer hat hier eigentlich die Dominanz im vorpolitischen Raum? Auf der einen Seite haben wir die Neue Rechte, die das von der Linken gestohlen hat, den vorpolitischen Kampf. Gramsci, das habe ich auch mal in einem Video erklärt, also dass es darum geht, dass man den Menschen im Volk die Begriffe lehrt, wie mit dem Wort Remigration. Oder dass man sie schafft, genau. Oder dass man sie neu besetzt, sozusagen. Da haben wir diese eine Seite, die einfach seit Jahren versucht, aus dem Abseits reinzugehen, indem sie eben Social Media jetzt auch nutzt oder intensiv nutzt. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine progressive Jugend, die dieses Social Media natürlich benutzt hat und da eben auch neue Konzepte groß gemacht hat und diskutiert hat und wo es über die Maßen auch popularisiert wurde. So. Und das geht über den Rahmen dessen, was, ich sag mal, konservativen Menschen überhaupt in den Kram passt, oft hinweg. Und das geht auch über den Rahmen teilweise hinweg, dass normalen, ohne irgendwelchen Entschlüssen unterwegs seienden Leuten irgendwie nicht in den Kram passt. Also, dass es halt einfach dann in das Identitätspolitische übergeht beispielsweise. Und das ist das, was so eine Kritik aus der Linken ist, dass man eben weggeht vom Identitätspol... Dass man weggeht von der eigentlichen Grundlage der Gleichheit aufgrund von Klassen hin zu identitätspolitischen Themen. Also, dass man den... Ja, dass man die Identität lässt und das Klassen... Also, dass man das wieder um Klassen kümmert. Also, ich hab da eine Professorin zitiert, die ein ganz fantastisches Zitat rausgehauen hat. Ich glaub, das hab ich gar nicht im Video drin. Weil ich fand das schon wieder ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland so ausdrückt. Eine... Eine... Ich weiß gar nicht, ob sie auch auf... Auf die sexuelle Situation eingegangen ist. Jedenfalls eine POC-Fliesbandarbeiterin hat mit einem... Ah, du meinst diese Diskriminierungsstaffelung. Sie wird diskriminiert wegen ihrer Hautfarbe und so weiter und so fort. Also, das hängt damit... Nee, also, darum geht's nicht. Also, eine POC-Fliesbandarbeiterin hat mit einem weißen, mittelalten Fliesbandarbeiter mehr gemein als mit Oprah Winfrey. Ja. So. Und dass da halt keine Rolle spielt, dass sie POC ist. Sondern wegen der Klasse. Wegen der Klasse. Weil die Klasse das ist, was uns besonders vereint und was eigentlich dazu führen müsste, dass wir die... Dass wir auf einer ähnlichen Basis Kämpfe kämpfen. Und dass eben der... Die Situiertheit im kapitalistischen System das eigentliche Problem ist. Und das Eigentliche ist, gegen das man ankämpfen muss oder wo man Bedingungen schaffen muss, wo es allen Menschen irgendwie besser geht. Und dass die Trennung in diese ganzen verschiedenen identitätspolitischen Lager, die dann ihre eigenen Kämpfe ausfechten. Und das ist meine Kritik eben an diesem... Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Stay, hilf mir mal kurz. Wo es gibt keine Freiheit, wenn nicht alle frei sind. Wortfindungsstörung. Ich weiß ja, was du meinst. Genau. Also, dass das eben nicht funktioniert, wenn wir alle getrennt sind in den Zielen, die wir erreichen wollen. Und das ist jede einzelne Separiertheit in so eine ganz eigene Herde sozusagen, das immer weiter auffasert und aufbricht. Also, das ist sozusagen die linke Kritik an Wokeness oder an Identitätspolitik. Und das ist ja eigentlich was, was so rein grundsätzlich dahinter steckt. Ich hätte es dir jetzt ein bisschen schneller herleiten können, wenn ich... Ist ja kein Problem. Ich wollte noch auf eine andere Sache, Genosse Ritter. Der rote Parabelritter jetzt. Bin ich übrigens voll... Ich bin tieflinks. Also, für den Fall, dass es nicht klar ist, ich bin linker, wird es nicht. Nur, wenn es linker ist, dann musst du zu meinem Kollegen auf die irische Halbinsel gehen und der wirft dir dann einen Stein auf dein SUV. Also, ich verstehe es dann trotzdem nicht, warum du in die Schweiz gegangen bist. Also, es ist halt echt sowas, was ich... SVP, sei Dank. Ich erkläre dir das mal bei einem Schammelzel, werde ich dir das mal erklären. Okay. Bei einem privaten Schammelzel. Aber das ist gar nicht... Ich will mal zurückkommen auf diese Pendelbewegung. Also, du hast gesagt, die 90er bis 2010 ist eine progressivere Zeit der CDU und die hat einen Teil daran beigetragen, dass sich eine progressivere Politik in einer linken Pendelbewegung eine gewisse... Nein, 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 nein. Okay, dann habe ich wieder falsch verstanden. Nein, die Pendelbewegung hat doch nichts mit der CDU zu tun. Du versuchst doch jetzt gerade das Bild... Nein, ich versuche nur zu verstehen. Nein, du versuchst das Bild, das ich gezeichnet habe, jetzt auf eine grundlegende politische Veränderung. Ich habe dir doch gesagt, das hat mit dem Linksrutsch jetzt nichts zu tun. Es geht nur um das Setting, das kulturelle Setting und dass es dazu kommt, dass es eben diese identitätspolitischen Strömungen gibt. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann natürlich das grundlegende politische Feld, aber das eine hat mit dem anderen jetzt nur bedingt was zu tun. Es geht im Endeffekt darum, also das, was ich dir erzählt, was ich jetzt gesagt habe, ist ja eigentlich die Quintessenz des Endes dieses Videos, also das, worauf wir hinausgelaufen sind. Und diese Pendelbewegung soll das eigentlich nur nochmal erklären, dass wir eben von dem Versuch, eine Gleichheit zu schaffen oder eine, also antidiskriminierend zu sein und antirassistisch zu sein und so weiter und so fort, dass wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, wenn wir uns in diese ganzen identitätspolitischen Kleinkämpfe und Kleinkriege verlieren. Aber wer ist wir? Wer ist denn wir? Wir als, na wir als Unterschicht. Also ich muss sagen, mein Porsche kann... Du, Estee, du sitzt hier, ich sitze hier, wir arbeiten mit unserer eigenen Zeit. Arbeit würde ich das jetzt auch nicht nennen. Nein, nein, aber es, und das ist doch das, guck mal, das ist doch der Fehler. Das ist doch der Fehler, dass wir uns einteilen in Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Wir sind arbeitende Schicht und wir sind besitzende Schicht. Du bist nicht besitzende Schicht und auch ich bin nicht besitzende Schicht. Und auch unsere Zuschauer sind meistens nicht besitzende Schicht. Und das ist das, das ist dieser Brain-Fuck, dass wir immer, wenn wir in den Artikeln lesen, ja, so und so viel Euro musst du im Monat verdienen, um sonst wie viel in irgendeiner Schicht eingeteilt zu sein. Nein, nein, das ist Bullshit. Bullshit. Wenn dir 1.000 Hektar Wald gehören und 20 Wohnblocks in München, dann bist du, und du zahlst dir nur 1.000 Euro im Monat aus, dann bist du Mittelschicht oder was. Oder Unterschicht. Ja, nee, das ist doch Bullshit. Das ist doch eine komplette Verzerrung. Es geht doch nicht darum, was du im Monat verdienst, es geht darum, was hast du schon. Weil das, was du verdienst, deswegen bist du auch in die Schweiz gegangen, das, was du verdienst, ist dann natürlich am Ende viel weniger besteuert, als das. Also du willst ja selber besitzende Schicht werden. Jetzt hau doch mal, also jetzt tu doch mal nicht so. Ja, ich kann dir sagen, was ich, also ich kann einfach mal... Viel sinnvoller. Es ist doch viel, also du hast in der Schweiz, wie viel sind das? 35 Prozent? Und hier sind es halt irgendwie 50 Prozent, die da abtrittst. Alex, ich kann da auch mal ganz transparent sagen, ich habe das schon mal gemacht, einfach um diesen Vorteil gegenüber mal ein bisschen klar zu schaffen, weil dieses Schweiz-Argument ist immer ein bisschen wiert. Mein Umsatz im Monat sind 50.000 Euro. Zwischen 35.000 und 50.000 Euro. Netto bleibt mir davon zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Der Rest geht an Mitarbeiter, Investitionen, irgendwelche anderen Sachen. Das ist, ich würde sagen, das ist nicht Unterschicht, aber mir geht es sehr gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Auch in Swizerland. Deswegen, ich mache das immer sehr transparent, weil ich will da gar keine Debatte drum führen. Und manche Leute finden das beeindruckend viel. Ich glaube auch, es ist beeindruckend viel. Es ist aber, es ist, weiß ich nicht, da wird immer so ein Hehl draus gemacht, was es ist und was es eben nicht ist. Das hängt immer an. Wenn man Amar fragen würde, wäre es auf jeden Fall 1.000 Euro über Mindestlohn. Ich will nochmal, also bei der Pendelbewegung geht es also um eine gesellschaftliche Entwicklung, also eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die hier links ist. Nee, es geht um eine kulturelle Entwicklung. Also ausschließlich kulturelle oder eine, also eine angestrebte Entwicklung, die, also ich, ich, hey, also ich hab's dir doch jetzt eigentlich, ich hab dir die Quintessenz des Videos gerade doch nochmal hergeleitet. Ja, ich bin, vielleicht bin ich zu dumm. Ich möchte das dazu sagen, wenn ich gewisse, das ist ja auch eine, das ist ja auch ein. Also Chat, Chat mal ganz ehrlich, ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, Leute, also mein Chat, ich seh dein Chat ja nicht, Leute, for real, ist das unverständlich gewesen, was ich gesagt habe, jetzt hier nochmal, auch im Kontext mit dem Video oder, also kann ja sein, weiß ich nicht, also mir, ich weiß, dass ich sehr unverständlich sein kann. Also bei mir sagen alle ja und zwei sagen nein. Nein, aber das ist, das ist, den eigenen Chatfragen ist vielleicht auch nicht der Maßstab dafür. Vielleicht hab ich auch alle dumme Zuschauer. Das passiert ja auch, die sind vielleicht kollektiv bei mir. Okay, dann lassen wir das, lassen wir das einfach mal dahingestellt. Die, die. Also ich vermute, ich vermute, du bist der Überzeugung gewesen, dass es quasi dieses, dieses plakative, äh, verdammter Linksrutsch und so ist. Nee, ich hab das nicht verstanden einfach. Darum, ich hab's einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, also es ist erstmal gut, dass du das damit nicht meinst. Das ist eine Klarheit für mich. Das wusste ich. Ähm, äh, ich, ich, ich hab's noch nicht ganz gerafft anscheinend. Ich hab's an, das ist ja mein Problem, wenn ich gewisse Dinge nicht verstehe vielleicht. Ähm, ich, ich bin da, was das angeht, was, was das angeht vielleicht auch einfach in der Kommunikation noch nicht an dem Punkt, an dem ich sein sollte. Äh, die, die. Das ist, guck, und das ist ja auch der, das Problem, ne? Wenn du dir, äh, da einfach irgendwie dutzende, ähm, Artikel zu dem Thema aufhilfst, dann bist du in so einem Thema auch derartig drin, dass du am Ende gar nicht mehr verstehst, was die anderen nicht verstehen können. Oh, okay. Also das, safe. Und das ist auch was, wo ich sage, da hilft natürlich Funk mir auch, weil mehr Augen drüber gucken und das nochmal gegenchecken und, und Quellen prüfen und, äh, nochmal sagen, ey, was meinst du hier? Also, weil das ja auch initial so Teil der Frage war, glaube ich. Und das ist ja bei dem Vogue, das Ende der Vogue-Bewegung, ist das dann passiert? Also, da hat sich jemand drüber geguckt? Wir sind, wir sind sechs Stunden durchgegangen, haben, äh, Punkte wegrationalisiert, die problematisch zu verstehen waren, haben das, äh, glatt gezogen und waren dann an dem Punkt, okay, jetzt verstehen wir es alle. Also, okay, ja gut, dann bin ich einfach trotzdem noch, bin ich, äh, also, ist, es, äh, dann weiß ich nicht. Jetzt, unabhängig von dieser Erklärung sagst du ja, man muss das aufhalten, bevor es sich in die andere Richtung bewegt, also bevor wir uns Richtung, äh, bezüglich der progressiven guten Ideen in die gegensätzte Richtung bewegen. Wie halten wir das, wie, vielleicht habe ich es nicht in Erinnerung, vielleicht kannst du nochmal zusammen, wie könnte man das jetzt aufhalten? Also, 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 Entschuldigung, ich kann jetzt nicht das komplette Konzept meines Kanals zusammenfassen, weil das ist, was ich jeden Tag mache. Also, das ist, was ich mache, ich bekämpfe, ich, ich bekämpfe Propaganda, ich bekämpfe Desinformation, äh, ich, äh, zeige auf, wo, ähm, Verschwörungstheorien dahinter stecken, das ist, was ich mache, also mein Job ist, das aufzuhalten. Das ist das komplette, mein Kanal beschäftigt sich damit, den Kulturkampf zu beenden. Das ist natürlich Schwachsinn, aber aufzuzeigen. Also, du kannst nicht, sowas kannst du nicht sagen, wenn du sagst, Wokeness muss beendet werden als Titel von einem Thumbnail, also das würde ich... Doch, na, safe, safe, das bringt, stay, es bringt doch nichts, zu den Leuten zu preachen, die sowieso schon converted sind. Das bringt's nicht. Ich muss die Leute erreichen, die's nicht sind. Und die erreiche ich nicht, indem ich sage, ihr dummen Wichser, ihr habt eh nicht recht. Okay, 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 gut. Also, du willst die Leute erreichen, die verloren sind? Oder die... Die du als verloren bezeichnen würdest, von denen ich noch denke, dass ich sie erreichen kann, ja. Okay. Ähm, würdest du sagen, dass jemand, der die AfD wählt, verloren ist? Nicht zwangsläufig, nein. Würdest du sagen, dass jemand, der die AfD wählt, ein Nazi ist? Nicht zwangsläufig. Also, wobei es natürlich so langsam echt ein bisschen problematisch ist, ähm, das nicht zu verstehen oder zu wissen, aber es gibt immer noch Leute, die das aus Gründen wählen, die dir einfach nicht in den Sinn kommen. Es ist im Osten, tief im Osten gibt's echt Leute, die sind derartig frustriert, dass sie einfach sagen, scheiß drauf. Scheiß auf alles, scheiß auf diese Regierung, die sollen mal richtig auf die Fresse fallen. Und die, die nicht initial rechts sind. Es gibt auch Leute, die sind initial eigentlich irgendwie links und wollen trotzdem erst mal sehen, dass dieses System brennt. Ja, ich weiß, das ist gerade in Ostdeutschland ein großes Problem, besonders wenn man die Wählerwanderung von links zu rechts sieht. Das war irre. Also, also gerade so diese, diese ganze Hufeisenthematik, ne. Es ist, es ist einfach, ich weiß nicht, wie ich mich dieses Motivs erwehren soll. Was meinst du? Naja, wenn ich mir anschaue, wie Sarah Wagenknecht sowohl populistisch im linken als auch im rechten Lager fischt. Das ist doch insane, oder? Ja. Und das ist auch erfolgreich geworden. Sarah Zarenknecht hat auf jeden Fall ihre Aufgabe diesbezüglich klar gemacht. Aber, also ich, um nicht die Frage auch zu beantworten, weil ich sie dir gestellt habe. Aber, aber ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es gerade im Chat, ist natürlich, also runtergebrochen, ne, mit einfachen Worten fällt mir immer nicht so leicht. Wer AfD wählt, wählt Nazis. So. Also ich sage, wer die AfD wählt, ist ein Nazi. Für mich ist die, und das kann ich auch beantworten, vielleicht einmal so fair sein, für mich ist die Bundes, die Bundesfraktion auch gesichert rechtsextrem. Äh, die Frage ist nur, wie viele, ähm, Landesfraktionen wir noch als gesichert rechtsextrem einstufen wollen, bis wir das auf Bundesebene entscheiden. Der Verfassungsschutz arbeitet. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Also. Völlig klar. Also. Und, ähm, das Ding ist, ich. Falls du, falls du meine, äh, frühen Werke kennen solltest, dann, ähm, kennst du vielleicht auch, ähm, mein Video AfD, die Wahrheit. Ja. Wo im Endeffekt alles drinsteckt, was meines Erachtens schon reicht, um die gesamte Bundes-AfD im Jahr 2021 als gesichert rechtsextrem zu sein. Aber, hey, wer bin ich schon? Ja. Ja. Bin ich d'accord. Fühle ich voll. Volle Gang. Also, ich weiß nicht, warum der Verein noch, warum es da nicht zumindest ein, ein laufendes Verbotsverfahren gibt. Es gibt auf jeden Fall genug Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie viele Menschen mit gesichert rechtsextrem Weltbild gibt es. Und das ist nicht deckungsgleich mit der Menge an AfD-Wählern. Das möchte ich einfach sagen. Und das möchte ich dazu sagen, und ich finde es schwierig zu sagen, 20 Prozent der Bevölkerung sind komplett gegen, gegen alles, was wir wollen. Also, 20 Prozent sind Feinde von, von uns, von, also, das funktioniert für mich nicht, Stay. Das kann so nicht funktionieren. So, das ist am Ende vielleicht sechs, sieben, acht Prozent Sinn. Wir kommen beide aus dem Osten, wir wissen, dass es da auch echt düstere Typen gibt, so. Finster. Finster. Finster Typen. Ja. Aber es sind nicht 20 Prozent. Okay. Also, ich, ich habe mal für mich irgendwann den Punkt erreicht, ich hatte das auch. Ich bin an dem Punkt gewesen, an dem du bist, ich, vielleicht ist es Resignation, vielleicht ist es auch einfach nur Pessimismus. Ich weiß es nicht. Das lasse ich den anderen Leuten. Aber mein Gedankengang dahin war immer, ich habe auch das zuletzt gesagt, als ich so eine fantastische MDR-Aussteiger-Dokumentation von AfD-Mitgliedern oder Wählenden gesehen habe. Und der kann ich empfehlen, wenn du die noch nicht gesehen hast, wenn du die gesehen hast, weißt du, dass die fantastisch ist. Und zwar kann ich verstehen. MDR muss ja fantastisch sein. Oh, schockiert sein. Muss ja jetzt, muss ja, hilft ja nicht. Musst du jetzt Gebühren finanzieren? Ich kann verstehen, dass man, als die Partei aufgetreten ist, mit Bernd Lucke und alles darauf rum, dass sie, dass da, dass man, wenn jemand die gewählt hat, keine rechtsextreme Bestrebungen hatten. Ich kann vielleicht sogar noch verstehen, wenn Jörg Meuthen, der irgendwie das versucht hat einzudämmen, kann ich, kann das alles noch ein bisschen nachvollziehen. Aber spätestens, 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 wo Kandidaten wie Bernd, ich nenne ihn bewusst Bernd Höcke, in den Vordergrund gerückt sind, wo bewusst, dass mit der Migration auch vor den Korrektivrecherchen immer wieder gesagt wurde, wo nach den Korrektivrecherchen stolz in einigen Landesverbänden auch gesagt wurde, ja, das wollen wir schon eine Weile. Spätestens jetzt, muss ich sagen, den Benefit of a Doubt für Leute, die aus Protest oder aus Zweifel oder weil sie in dem eins auswischen, den habe ich nicht mehr. Nö, also völlig richtig. Ich weiß ja auch, was du meinst. Ich sage auch nicht, dass es Benefit of a Doubt ist. Ich sage, dass sie ... Du sagst aber, das sind nicht alles Nazis. Ja, richtig. Ich sage ja auch, dass es einige gibt, die einfach anders kalkulieren. Die bewusst oder vielleicht teilbewusst, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die sind halt vielleicht auch einfach nicht gebildet und sagen, boah, ja, keine Ahnung, wer jetzt hier, was meine Quellen sagen, sagen was anderes. Also es ist ja nicht so, dass die in dem Kontext, in dem Fake News unterwegs sind, sich selbst als Nazis darstellen. Also es ist halt vielleicht auch nochmal ein Prozentsatz von ein paar Prozent, die eben einfach komplett in dieser Corona-Zeit in eine Nebenrealität abgerutscht sind und da einfach völlig, völlig weit weg sind vom Diskurs. Also das ist der Punkt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, hey, vielleicht gibt es ja zehn Prozent Leute. Ich würde gar nicht von dem Prozentsatz sprechen. Nein, also ich verwehre mich gegen den Gedanken zu sagen, alle, die AfD wählen, sind Nazis, weil erstens ist es eben wieder dieses, wir scheren alle über einen Kamm, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen, wir wollen nicht uns selber die Hände schmutzig machen und uns darum kümmern, die Leute zurückzuholen. Wir wollen nicht drüber nachdenken, wie es eigentlich so dazu gekommen ist und wir wollen auch vor allen Dingen überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, ob man vielleicht als Nazi in Anführungszeichen wieder zurückkommen kann in die normale Gesellschaft. Was denn eigentlich dahinter steckt und was wir als Gesellschaft vielleicht scheiße gemacht haben, dass das so weit gekommen ist. Und ich sag dir, natürlich habe ich in meinem Leben auch viele Nazis ja gesehen oder getroffen, mit denen geredet oder in Gesprächen gemerkt, oh, da hat jemand aber doch eine Position, die echt übel ist. Ja, huch, genau. Aber dass hier 20 Prozent der Leute um mich herum hier irgendwie Nazis wären. In Ostdeutschland sind es vielleicht sogar 30. Oder 30. Nein. Also ich respektiere, so wie du es sagst, ich befinde mich da an einem anderen Punkt, glaube ich. Ich glaube, wir kommen aus derselben Ecke. Wir befinden uns nur allerdings in unterschiedlichen Positionen. Ich glaube, ich bin aus der Position ein Stück weit wieder zurückgekommen, an der du bist, weil da war ich schon. Aber ich habe gesehen, das hilft nicht. Und ich habe gesehen und ich habe für mich selber überlegt, wie kann man es vielleicht ändern, weil ich für mich auch sukzessive mich immer mehr mit diesem Kulturkampf und mit Desinformationen. Aber Kulturkampf ist ja auch ein Begriff, der ist ja schon rechts definiert. Also dieses Kulturkampf-Ding kommt ja schon aus einer rechtskonservativen, also die benutzen andere Worte, aber rechtskonservativen Sache. Kulturkampf, also ich kann das jetzt nur anekdotisch sagen, aber das höre ich nicht von Genossen. Also zumindest nicht in irgendeiner Form. Also ich weiß ja nicht, in welchen Kreisen du dich unterhältst. Genossen. Genossen halt. Ja, gut, aber das, ja. Das ist jetzt wieder eine Anekdote. Das ist anekdotisch. Das ist anekdotisch, genau. Deswegen, in meiner Wahrnehmung ist das ein Begriff, der in näherer Distanz zur roten Sonne verbrennt und dann nicht mehr stattfindet. Das ist ja vielleicht das Problem. Kann sein, kann sein. Ich wollte das nur mal sagen, weil ich das höre. Also ich finde, also grundsätzlich mal zwischendurch reingesagt, ich finde das ja gut, dass wir jetzt, also ich hätte es schön gefunden, wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt so ein konfrontatives Gespräch wird, weil ich bin super müde. Alle meine Gespräche sind konfrontativ. Stay, stay, ich bin, ich bin, ich bin super übermüdet einfach. Das tut mir so leid. Und hätte mich vielleicht irgendwie nochmal kurz eingelesen. Wollen wir uns, wollen wir es verschieben? Wir können es nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich möchte das nur kurz sagen, dass ich das, ich führe gerne solche konfrontativen Gespräche, aber ungerne in einem Zustand wie jetzt, nur als Stilkritik, nur als Stilkritik. Ist ja kein Problem. Ich finde das gut, ich finde das gut. Ich wusste jetzt auch nicht, ich wusste jetzt auch nicht, dass dein, also ich, wenn du mir gesagt hättest, Stay Vega, ich bin seit 5 Uhr morgens wach, ich habe nur Konferenzen heute gehabt, dann hätte ich auch gesagt, ja gut, lass mal lieber nicht machen. Aber das habe ich ja jetzt im Rahmen dieses Gesprächs erfahren, die, die. Du, ich halte immer hin. Ich meine das auch gar nicht böse. Ich gucke gerade, ich gucke gerade, ich habe noch ein bisschen schwarzen Tee. Tee übrigens auch, übergut. Und ich habe mir extra noch eine Mate hingegeben, habe ich ganz vergessen. Warte, ich booste mich kurz. Kannst du dir nicht einen Gönnergy von Alicia Jaws leihen? Ist da Koffein drin? Ich weiß es gar nicht. Bist du nicht ein Kumpel von Dingsbums? Ich glaube, wenn du den heute fragst, sagst du ja, der linksgrün versiffte Wichser kann mir nur einen Buckel runterrutschen. Warst du nicht auch mal problematisch? Oh ja, klar, natürlich. Ja, klar. Heute, ich habe einen Coping-Mechanismus daraus geholt. Ich habe aufgehört, alle Leute zu beleidigen und fange jetzt nur noch an, Faschisten zu beleidigen. Das ist mein Coping-Mechanismus. Und so habe ich meinen Content in den Griff gekriegt. Aber da musst du ja ständig auf Faschisten reagieren jetzt. Oh ja, ja, ganz schlimm. Ich hatte letztens ein Julian Reichelt-Video, wo Florian Schröder da war. Das kann ich dir auch mal empfehlen. Das haben wir uns schon angeschaut. Das ist richtig gut. Richtig gut. Also, ich bin währenddessen permanent ausgerastet, weil ich mir gedacht habe, also, wie gesagt, ich versuche ja, diese Position zu verstehen. Aber Julian Reichelt eine halbe Stunde reden zu lassen, ist wirklich wild. Das war wild. Also, ich verstehe den Punkt, an dem du dich befindest. Ich möchte eine Sache noch da anschließend nochmal fragen. Wenn du sagst, du willst sie zurückgewinnen, mit welchen Informationen, wenn die doch nichts glauben? Die glauben, die Frage ist, wem glauben sie denn und warum glauben sie Leuten? Glaubst du jemanden, der bei Funk angestellt ist, dem glauben die? Glaubst du jemanden, sie glauben jemanden, der bei Funk angestellt ist, wenn er mit seinem ersten Video ist, Vogue am Ende einsteigt? Ja, nee, ich glaube, die glauben das nicht. Hm, ich glaube schon. Und jetzt? Ich glaube schon, dass ich, also, nee, pass auf, ich glaube, also, wie gesagt, das sind ja alles Interpretationen und Vermutungen und Mutmaßungen und Theorien und Strategien und, ähm, also, das ist ja wirklich rein subjektiv. Und meine persönliche Einschätzung, weil es ja mein Konzept ist und meine, 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 meine Strategie, ähm, ich glaube, dass, wenn ich auf die Leute zugehe und ihnen sage, ich verstehe, wie du zu dem Punkt kommst, ich verstehe, welche Gedanken dazu geführt haben, dass du zu diesem Punkt kommst und welche Theorien und Strategien und jetzt zeige ich dir mal, wie diese Strategien entstanden sind, was da dahinter steckt und warum das eigentlich schlecht ist für dich und was eigentlich besser für dich wäre oder warum du hier manipuliert wirst, obwohl du glaubst, dass du es nicht wirst. So, aus dieser Perspektive, dass ich eben nicht sage, hey, du musst jetzt aber das richtig finden oder du musst jetzt auf der anderen Seite sein, weil darum geht es mir gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass die Leute am Ende kritischer mit Informationen umgehen und kritischer mit ihrer Realität umgehen. Und wenn sie am Ende trotzdem sagen, dass sie AfD wählen, dann ist es trotzdem immer noch ihre Entscheidung, verstehst du? Und ich gehe nicht hin und sage, ja, es sind halt alles Nazis. Ich erzähle überhaupt gar keinem mehr irgendwas zu irgendwas. Okay, das machen wir halt unterschiedlich. Also ich sage denen, sie sind Nazis und ich sage auch, warum die Nazis sind. Ich habe auch... Ja, aber da hört doch keiner mehr zu. Wenn du sagst, du bist ein Nazi... Das wusste ja auch nicht. Die kommen ja trotzdem zu mir, weil sie sich darüber aufregen wollen. Und mir geht es gar nicht, die Leute zu erreichen. Also, um das vielleicht mal zu erklären... Das ist aber traurig, oder? Also, das ist so traurig, wenn du sagst, ich möchte die Leute nicht erreichen. Genau, diese Leute möchte ich nicht erreichen. Ich möchte diese Leute... Ich kann diese Leute auch nicht erreichen. Ich meine, da geht es auch ein bisschen um die Art und Weise, wie solche Debatten geführt werden. Ich kann jetzt anekdotisch von vielen Sachen erzählen, wo ich Leuten... Masseher. Wo ich Leuten... Genau, wo ich Leuten versucht habe, klarzumachen, so und so sieht es aus. Aber auch aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, die auch im Streamer-Universum unterwegs sind, wenn die sich öffentlichkeitswirksam mit solchen Leuten auseinandersetzen, dann passieren da absurde Dinge. Zuletzt, und das kann ich nur empfehlen, auch wenn der ein oder andere das sicherlich kritisch findet, zuletzt kann ich mal eine Reaktion von Dekaldent nahelegen oder ein Video von Dekaldent, wo er zweieinhalb Stunden mit jemandem gesprochen hat, der die AfD wählt. Aus begeistert. Begeistert die AfD wählt. Ich weiß nicht, ob der Nazi war oder nicht ein Nazi war. Für mich klang er wie ein Nazi. Und dieser Sprach-Austausch, dieser Gedankenaustausch hat mich an den Punkt kommen lassen, an dem ich vollends davon überzeugt bin, dass ich nichts tun kann, um das zu ändern. Die sind verloren. Und wenn, und das ist meine Perspektive. Das ist, du siehst das anders und verstehe ich vollkommen. Die sind verloren. Und für mich ist meine Herangehensweise an dem Punkt, ist eine gesellschaftliche Ächtung wieder hervorkommen zu lassen. Ich finde, jemand, der die AfD wählt, darf sich in der Gesellschaft wieder schämen. Und der muss sich auch schämen. Der muss, man muss Nazis, Nazis müssen sich halt wieder schämen. Leute, die Nazis wählen, müssen sich auch wieder schämen. Du meinst, 20 Prozent der Bevölkerung sollen jetzt geächtet werden? Ja, genau. Korrekt. Okay. Genau. In Ostdeutschland sind es 30. Außer in den Städten, Grüße gehen raus an Leipzig, die sind stabil. Also stabiler. Ja. Das ist meine, das ist meine... Gesellschaftliche Ächtung von 30 Prozent der Bevölkerung. Ja, also ja, das sind Nazis, ja. Also in Ostdeutschland und in bundesweit sind es jetzt, was sind das, letzte Hochrechnung von 17, aber wenn man Hochrechnung glaubt, 14 Prozent, 15 Prozent, manchmal 20 Prozent. Das ist immer da, es hängt immer davon ab, wer die Wahlumfrage macht und wie das variiert. Nein, es ist abhängig davon, von der Zentralität der Orte und von der, von dem höhere Lebensumfeld. Ja, nee, ich meine, wie, also Wahlverhalten ist abhängig von der Zentralität der Orte. Ja. Und von der Anbindung an moderne kosmopolitische Strömung und so weiter und so fort. Also du kannst, du kannst Wählerverhalten runterbrechen auf ganz viele verschiedene Faktoren. Und man ist, man ist in gewisser Weise auch Ergebnis der Umgebung, in der man sich befindet. Und das Ergebnis dieser Verschiebung ist ein jahrzehntelanger Prozess der Ignoranz und des Übervorteilens des Ostens. Das Ost, da sprechen wir dieselbe Sprache. Richtig, aber du willst jetzt, du willst jetzt sagen, du willst jetzt Leuten, die 30 Jahre im Stich gelassen wurden. Genau, die deswegen Nazis wählen und Nazis sind, will ich echt. Wie gesagt, ich finde diesen Punkt einfach so problematisch zu sagen, dass die Nazis geworden sein müssen. Ich finde das problematisch. Ich finde es problematisch zu sagen, hey, ihr seid 30 Jahre verarscht worden, jetzt seid ihr auch noch geächtet. Herzlichen Glückwunsch. Das hilft uns doch nicht. Naja, also grundsätzlich. Was sollte mit den Leuten passieren? Sollen die weggehen oder? Nö, nö. Sollen keine Nazis wählen? Meinst du, die schämen sich dann einfach und hören dann auf und es verändert sich trotzdem nichts an der strukturellen Benachteiligung von ihnen? Wir können ja mal ein bisschen weiterspinnen. Du hast ja auch gesagt, das Verbotsverfahren der AfD ist überfällig. Also, dass es angestrebt wird. So. Was glaubst du, was passiert, wenn die AfD verboten wird? Warte, was habe ich gesagt? Dass du das Verbotsverfahren der AfD nachvollziehen könntest und dass es angestrebt wird. Also, dass du es eigentlich gut findest, dass die AfD verboten wird? Andere Frage. Nö, das habe ich so nicht gesagt. Möchtest du, dass die AfD, würdest du es gut finden, wenn die AfD verboten wird? Nein. Okay, ich finde schon. Warum? Genau. Ich bin gegen das Verbot der AfD einfach, weil es eben wieder dieses Einfachmachen ist. Man macht es sich einfach. Man macht es sich einfach, nicht diese Probleme, die dazu geführt haben, dass die AfD, die AfD ist doch ein Symptom, die ist doch nicht das Problem. Das Problem geht doch nicht weg, wenn du sagst, tschüss AfD. Die Leute werden doch darin bestätigt. Ich weiß, das ist jetzt so dieses, das wird dann immer so ad absurdum geführt, diese Aussage. Diese Aussage, naja, die Leute hören ja dann nicht auf, die möglichst nächste rechte Partei zu wählen oder die möglichst extreme Partei zu wählen, weil dann gibt es ja ein paar Jahre vielleicht keine und so weiter und so fort. Das ist ja dann egal, aber du zerstörst doch sukzessive immer weiter das Vertrauen von Menschen in die Demokratie. Und der Punkt. Also die AfD ist eine, die AfD glaubt, sie sei eine demokratische Partei, aber. Die glaubt das auch nicht. Stay, wir sind ja gemeinsam auf demselben Level, dass das eine antidemokratische Partei ist, die nicht in unserem demokratischen Rahmen existieren darf. Und warum, warum? Es ist zu spät. Es ist zu spät, sie jetzt an dem Punkt zu verbieten. Wenn man sie 2017 verboten hätte. Okay. Okay. Also was machen wir dann? Hoffentlich in zwei Jahren verbietet oder das Verbotsverfahren anstrebt, okay. Aber wir befinden uns doch jetzt gerade an der Hochphase, an der Phase, wo sie richtig viel mobilisiert haben, wo sie richtig stark sind. Also dürfen sie nur verbieten, wenn sie schwach sind? Es ist unsmart, es jetzt zu tun. Also dass das Verbotsverfahren nicht sofort funktioniert, das ist dir klar und das ist mir klar. Ein Prozess, der sicherlich Jahre dauern wird. Aber das Bestreben des Anstoßes des Verbotsverfahrens, das sehe ich schon deutlich. Also ich würde sagen, es braucht ein Verbotsverfahren, das angestoßen wird, um die AfD zu verbieten. Denn das wird ewig dauern. Das ist so. Jetzt ist doch die Frage, was passiert, wenn dieses Verbotsverfahren angestoßen wird? Und wir wissen, es dauert jetzt ein paar Jahre. Ja. Was passiert? Vielleicht im schlimmsten Fall. Die Zielgruppe, die die AfD wählt, wird weiter die AfD wählen. So meinst du nicht, es wird noch viel mehr Leute geben, die sich darin dann bestätigt fühlen, die AfD zu wählen? Mehr Mobilisierungspotenzial? Also das kann durchaus möglich sein. Bis hin zu Positionen, wo man dann eben doch Richterpositionen mit besetzen kann, die dann eben am Ende vielleicht doch entscheiden können, ob dieses Verbotsverfahren durchgeht oder nicht. Die guckst du es doch. Wie lange es, also es hat doch, wie war das für die NSDAP, waren es da nur 24 Prozent oder so, die sie gebraucht haben, um am Ende dort rauszukommen, wo sie gelandet sind? Ich verstehe den Ansatz, das Problem ist nur, dann bist du ja, also du sagst, man muss sie verbieten, wenn sie schwach sind. Ich bin dafür, dass die Parteien, die am Ende dafür verantwortlich sein werden, dass diese Partei vielleicht niemals in Kontrolle und Macht gerät, dass diese Parteien sich an ihre demokratische Pflicht halten und sie komplett raushalten aus dem. Und vielleicht ist es notwendig, also ich halte es für sehr, sehr notwendig, jetzt festzuhalten, dass sie rechtsextrem ist und zwar in Gänze völlig klar und dass das das letzte, der letzte Hinweis ist, den eine machtgierige CDU braucht, um diese Brandmauer aufrecht zu erhalten. Aber wenn ich mir anschaue, dass der Vogt von der thüringischen CDU mit Höcke diskutieren möchte, um erstens Bodo Ramelow auszuschließen, der dann quasi keine Rolle mehr spielt in diesem, die wichtigen Köpfe sind nur noch wir beide, wir klären das unter uns sozusagen. Und eben meine Meinung schon mal vorzubereiten, wie das so wäre mit einer Junior-AfD-Partner-Option, dann sehe ich da, dass es zu spät ist. Die CDU, wie die Zentrumspartei, könnte der Steigbügelhalter für die AfD sein. Das spielt überhaupt keine Rolle, was wir jetzt von irgendwelchen Verbotsverfahren salbaden, wenn in diesem Lager diese Thronbesteigung vorbereitet wird. Deswegen ist das eine Ablenkungsdebatte, wo wir uns auch selber nur ablenken. Wir müssen zu den Problemen, wir müssen zu den Menschen vordringen und den Menschen erklären, was passiert, wenn wir in unserem demokratischen Land aufhören, die Demokratie zu lieben und zu verteidigen. Okay, aber die hören nicht zu. Das stimmt nicht. Das stimmt doch nicht. Okay, ich muss jetzt, können wir beide mit unseren anekdotischen Sachen rumwerfen. Ich vertrete jetzt einfach da die gegensätzliche Perspektive. Ja, du, wir sind, wir sind, wir beide, wie wir hier sitzen, sind wir das Problem, weswegen die Abwehr in einem demokratischen Staat gegen solche Dinge so langsam und so zähflüssig funktioniert? Weil wir dasselbe Ziel haben, aber komplett unterschiedliche Überlegungen, wie man an dieses Ziel gelangt. Nee, also ich bin, ich bin vollkommen, also das würde ich nicht sagen, denn ich bin vollkommen der Überzeugung, dass man gerade auf Landesebene genug Auswahl hat, jegliche Partei zu wählen. Man muss halt nicht die Faschisten wählen. Also du, du hast, also dieses, dieses Mysterium von wegen, du hast keine andere Wahl, das gibt es ja nicht und deswegen. Das sag ich ja auch nicht. Das meine ich auch gar nicht, ich will nur sagen, das ist so viele, das meine ich gar nicht, dass du das sagst. Das ist ein Sprungmann jetzt gewesen. Das meine ich gar nicht, dass du das sagst, lass mich ausreden. Der, der, mein Ansatz dabei ist einfach, dass es so viele Facetten von Möglichkeiten gibt, denen da oben zu zeigen, dass sie sich, dass sie sich mal kreuzweise können. Es muss halt nicht, es müssen halt nicht die Faschisten sein. Aber es ist halt so. Genau. Sie machen es halt. Aber es ist halt so. Sie machen es halt. Genau. Es ist halt so. Die machen es halt. Die holen sich die Stimmen. Die holen sich im Stimmen im Osten mehr als im Westen. Oder sie holen sich das in Ostdeutschland mehr als im, auch, dass wir das noch unterscheiden, Cringe. Aber es ist, es ist nun mal so. Und meine, meine Positionierung dazu ist, unabhängig wie stark die ist, das Verbotsverfahren dieser Partei muss zumindest ausgelöst werden. Weil ich nicht glaube, dass es dazu führen wird, dass mehr Leute die wählen. Denn sie tun ja jetzt schon so alles in ihrer Macht steht, weil die reguläre Zielgruppe ausgereizt ist, um homophobe Migranten auf den Zug zu holen oder Menschen, die da irgendwie in die gleiche Kerbisch platen, auf den Zug zu holen und die Wählerzielgruppe zu erweitern. Also du bist der Überzeugung, dass sie sozusagen am Peak ihrer Bedeutsamkeit angelangt sind. Der regulären Zielgruppe, ja. Also dem, was sie ausgeschöpft haben. Und du hast, okay, das wäre zumindest ein verständlicher Punkt, wenn das jetzt dein Punkt ist, den hast du jetzt noch nicht formuliert, deswegen formuliere ich den mal kurz, so wie ich ihn jetzt verstanden habe. Ja. Du glaubst, dass wenn eine potente Partei mit dieser Größe und den finanziellen Mitteln, die sie hat, existiert und weiter existiert, sie dann auch gemäßigtere Wähler in ihre Fänge ziehen kann, die sie dann auch wählen? Gemäßigt gar nicht, sondern einfach nur, dass sie die einzelnen Bereiche ihres Wahlanspruchs ausblenden, beispielsweise Ausländer raus, blenden sie jetzt mal aus und sagen, aber wir sind auch irgendwie ein bisschen gegen Schwule, du kannst uns, Achmed, du könntest uns auch wählen, weil wir mögen Schwule auch nicht. Und dann ist Achmed auch ein Nazi. Und dann ist Achmed jemand, der dem Ganzen zuarbeitet, ja. Nee, also dann ist Achmed ein Nazi. Du hast gesagt, alle, die AfD wählen, sind Nazis. In meiner Wahrnehmung mache ich da keine Unterschiede. Achmed ist dann Nazi. Aber guck mal, das ist doch genau der Punkt. Vielleicht ist es doch der Punkt, dass du vor Ort, der erste Politiker, der in deinem Dorf oder in deiner Stadt zu dir gekommen ist, seit der Wende, der irgendwie verstehen wollte oder verstanden hat, was dein Problem ist und dir genau sagt, was dein Problem ist. Und das, was dagegen tun wird, dass das ein AfD-Mann war, der hat nie irgendwas über Ausländer gesagt, der hat nie irgendwas über Höcke gesagt oder vielleicht auch nur, ey, das ist ein Kumpel, mit dem gehe ich golfen, keine Ahnung. Ja, das ist alles falsch, was die erzählen. Ihr wisst ja, wie das so ist in Berlin. Das ist ja die linksextreme Systempresse und so weiter und so fort. Macht das einen Menschen zu einem Nazi oder nur zu jemandem, der zu leichtgläubig und zu schlecht informiert ist? Es macht ihm zu beidem. Ja, also das ist halt so der Punkt, an dem kommen wir nicht überein. So, das ist so die grundlegende Problematik. Ich finde es auch interessant, dass wir jetzt da gelandet sind von dem Wokeness-Video, weil es ist ja kilometerweit entfernt davon. So entwickeln sich Gespräche manchmal. Ich wollte jetzt auch nicht auf dem Dings rumhacken. Ich habe dir, nachdem du mir gesagt hast, dass du heute schon 20 Konferenzen hattest und so, fand ich es eigentlich ganz angenehm, auch mal ein Thema anzuschneiden, bei dem man sich bewusst einfach wirklich nicht vorbereiten muss. Und ich will dich jetzt auch nicht auf so ein Ding festnageln, wo es halt wirklich darum geht, dass du irgendwas nachgucken willst oder sowas. Naja, also wenn es jetzt um die Definition von Dingen wie jetzt diese ganzen Kulturkampf-Thematiken geht und wenn du jetzt ganz tief da rein willst, das ist natürlich echt eine Universitäts-Thematik. Will ich auch gar nicht. Ich verstehe dich auch gar nicht anscheinend. Ich bin natürlich, allem Anschein nach bin ich auch gar nicht in der Lage, das zu verstehen. Deswegen ist das ja auch überhaupt keine... Ich glaube, du bist, glaube ich, negativ da reingegangen wegen dieser Aufmachung und bist dann gleich sozusagen mit dieser Konfrontation Amadeo, Antonio, Alicia, mit dieser Kombination war für dich dann sozusagen das Wording klar. Und das ist am Ende eine Aufschlüsselung dieser ganzen Subkategorien für das Verständnis, was da eigentlich dahinter steht. Und warum das vielleicht nicht weit genug geht oder an manchen Stellen zu kurz greift, vielleicht war dann der Trigger am Anfang zu viel. Das kann sein tatsächlich. Aber das ist ja auch der Punkt, das hatte ich mit Louis jetzt gerade im Gespräch. Er sagt, ich bin halt immer komplett an der Grenze von dem, was man in so einen Titel schreiben kann und das mache ich ja bewusst. Also das ist ja wirklich Ziel. Und ich weiß, dass ich damit natürlich Universitätsgelehrten und offenbar dir damit immer wieder vom Kopf stoße und es offenbar immer wieder zu der Frage führt, meint der das, was da steht oder was? Und ich habe so gedacht, nach 150 Videos sollte das Konzept so langsam irgendwie durchsickern. Durchsickern, aber wir diskutieren immer noch drüber. Das ist ja nicht das Problem. Ich finde diese Diskussion, du drückst das so resignierend aus, wenn wir darüber reden. Aber ich finde das Gespräch voll gut. Also wirklich. Ich mag das jetzt nicht, weil ich ein konfrontativer Typ bin, sondern einfach, weil ich die Position, die du hast, sehr schätze. Und ich mache mir da, ich wedle das nicht ab. Ich sage dir meine und du sagst mir deine. Und wenn ich mit dir reden will, dann will ich mit dir reden und so wie alle anderen Nutzerinnen und Nutzer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die ich habe, auch, weil sie verstehen wollen, was hinter, was passiert, was hinter den Worten steckt und was du mal meinst oder was du mal denkst oder was du unter Umständen, auch wenn du es nicht mehr einbringen kannst, fühlst. Das ist ja vollkommen okay. Ich finde das gar nicht so, ich finde das gar nicht so resignierend, wie du sagst. Ich bin nicht wegen dir resigniert, ich bin resigniert, weil es eben immer wieder zu solchen Missinterpretationen, also der Punkt ist, ich unterstelle der rechten Ecke mehr, dass die Missinterpretation meiner Inhalte propagandistischer Ziele dient, als dass ich der linken Ecke unterstelle, dass sie das aus Propagandazwecken tun, sondern ich glaube immer nur vielleicht aus Sympathie, dass das die linke Ecke vielleicht einfach falsch verstanden hat, wie wenn man mir Frauenfeindlichkeit unterstellt oder dass ich transfeindlich bin. Wie gesagt, also ich bin mit diesem Hogwarts-Legacy-Thema, ging es ja schon los. Also ich unterstelle da nicht, dass es propagandistische Zwecke sind, sondern dass man mich falsch versteht, aber es resigniert, also ich resigniere da trotz allem, weil ich mir denke, Leute, dann schreit ihr euch halt einfach gegenseitig an, wir machen hier jetzt mal irgendwas, was der Gesellschaft gut tut und das ist meine Überzeugung und dafür stehe ich auch ein und dafür stehe ich auch hier nach wie vor im Osten und dafür arbeite ich auch mit dem MDR zusammen, dass wir es hier gemeinsam schaffen, die Menschen abzuholen und denen zu zeigen, wir hören ihnen zu, wir sind dafür da, dass wir nach wie vor nicht locker lassen und sie nach wie vor nicht einfach irgendwie frame in der Ecke stellen, und dumm machen und diskreditieren und, wie hast du das so gesagt, verächtlichen, die Echten, genau, die Reichs-8, nee, Reichs-8, Reichs-11, also ein Bann verhängen, also. Ich bin, was das angeht, will ich hinzufügen, ich maße mir an, hier gar nicht mich auf den Podest zu stellen und sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich versuche nur zu erklären, warum ich an dem Punkt bin, an dem ich bin und warum ich das Selbstverständnis meiner Position habe, so wie du das halt auch machst. Und das ist vollkommen okay, ich habe sogar schon mehrfach den Gedanken gehegt, dass ich glaube, dass deine Herangehensweise eine Herangehensweise ist, die wahrscheinlich, auch wenn ich sie für nicht zielorientiert, oder auch wenn ich nicht glaube, dass sie zu irgendwas führt, ist ja vollkommen legitim. Das ist ja vollkommen legitim. Ich will das auch gar nicht schlechtreden, gar nicht, ist nicht meine Intention. Ich habe da einfach eine andere Herangehensweise. Und ich bin in der, ich bin da auch ... Ich finde, du hast halt einfach aufgegeben. Also aus meiner Perspektive ist es halt so dieses, Stay hat aufgegeben und versucht jetzt einfach nur ... Also es ist, man baut jetzt einfach nur die Mauer auf und dann wartet man auf die Belagerung. Und ich versuche halt die Truppen vor den Toren, Pellener Felder versuche ich halt noch, shaking hands und noch ein paar von denen mit hinter die Bastion zu führen. Ich bin, ich bin, ich habe ganz und gar nicht aufgegeben. Wenn ich aufgegeben hätte, würde ich mich mit dem Thema nicht mehr befassen. Ich bin nur an dem Punkt, an dem ich glaube, dass es genug Leute gibt, die, die, die Informationen oder die, die sich auf einem ähnlichen Level bewegen, nicht auf dem gleichen, auf dem ähnlichen Level bewegen, die ich damit noch fantastisch erreichen kann. Und ich verschwende meine Zeit, und das ist meine Interpretation von meiner Zeit, einfach nicht mit Leuten, deren Information, die allgemein zugänglich ist, ohne zu sagen, ich habe mies recherchiert, Bro. Ich verschwende meine Zeit einfach nicht mit Leuten, die, sobald da ein SWR-Titel steht, sobald da ein MDR-Titel steht, sobald irgendwas in irgendeiner Form durch die Systemmedien in Frage gezogen werden kann, das auch tun würden. Mit diesen Leuten verschwende ich nicht meine Zeit. Denn oftmals ist es einfach nicht nur populistisch, mit Populismus habe ich nicht so ein großes Problem, weil ich auch oft Populismus betreibe und versuche auch linken Populismus ein bisschen nach vorne zu ziehen, sondern halt harte Missinformationen zu verbreiten. Also so richtig harte Missinformationen. Also die Frage ist, wie definierst du denn Populismus? Komplexe Themen einfach heruntergebrochen. Ja, und wie stellst du sicher, dass das Einfache dann immer noch richtig ist? Ich lese die Nachrichten vor. Und wie stellst du es richtig, dass das dann auch alles ist, was es zu dem Thema zu wissen gibt? Ich versuche es einzuordnen und diversifiziere meine Nachrichten vor Portfolio. Also ich habe unterschiedliche Nachrichtenportfolios. Und lese von links bis nach rechts, NZZ übrigens für die Schweiz, das ist wirklich eine sehr verstrahlte Zeitung, versuche ich mir ein Bild zu machen. Die war vor vielen Jahren mal noch gut, bevor sie ihre Besitzer gewechselt haben. Ja, und dann auf einmal Sieg und Entschuldigung. 20. So, so mache ich das. Und damit erreicht man einzig und allein die Leute nicht, die sagen, ich glaube die Nachrichten nicht, ich gucke mir lieber ein Video auf Twitter an, wie ein Raketenwerfer im Gazastreifen abgefeuert wird. Na ja, dann mach. Scheiß auf die. Also wie gesagt, ich glaube halt daran, dass es sehr geholfen hat, beispielsweise dieses Hopf und Hoss-Thema zu machen. Hat jetzt eine halbe Million Leute gesehen, haben viele drunter geschrieben, ey krass, Alter, ohne Scheiß, ich hatte schon immer ein komisches Gefühl bei denen. Schön, dass du es mal so aufgeschlüsselt hast. Gerade anhand von einem Beispiel, das nicht aktuell politisch ist, sondern deep down eine antisemitische Verschwörungstheorie, die da drin steckt. Und ich sehe ja die Kommentare drunter von Leuten, die sagen, ey, ich habe es eigentlich gefeiert, aber jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das sind die Leute, die ich erreichen will. Dass da natürlich noch viel mehr dabei sind. Geil, freue ich mich natürlich. Aber das ist mein Wunsch. Weißt du, ich habe Lehramt studiert. Ich habe irgendwie so diesen pädagogischen, ich kann die Kinder doch nicht einfach so im Regen stehen lassen. Verstehst du? Das Hopf und Hoss. Nein, natürlich. Ich möchte jetzt natürlich Nazis, ich will jetzt natürlich Nazis und antisemitische Verschwörungstheoretiker nicht so verharmlosen. Und davon gibt es sicherlich 10 Prozent in diesem Land. Nicht nur im Osten, sondern insgesamt so. safe, keine Frage. Aber es sind eben nicht alle, die jetzt aktuell AfD wählen, komplett für immer verloren. Weil ansonsten haben wir ein Problem, von dem ich nicht glaube, dass wir skippen können, wenn dem so wäre. Wir dürfen das nicht zulassen. Zwei gänzlich, also sind wir, ich wiederhole das vielleicht, sind wir unterschiedlicher, haben wir unterschiedliche Positionen. We agree to disagree. Oh Gott, warte mal, wo habe ich das gehört? Scheiße, Reichelt hat das die ganze Zeit gesagt. Ich weiß, ich weiß. Nein, sag nicht, das sag ich nicht. Das war ein kleines Easter Egg für dich. Oh nein, das hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Oh Gott. We agree to disagree, Herr Schröder, hä? Vielleicht hätten wir den Herrn Schröder noch in diesem Talk holen müssen, weil der glaube ich intelligenter ist, als wir beide zwei zusammen. Und der hätte das bestimmt innerhalb von zwei Sätzen alles auf den Punkt gebracht. Das glaube ich nicht, Herr Schröder. Ich glaube, Herr Schröder ist eine dumme Sau. Und damit will ich nur provozieren, dass Herr Schröder zu mir in das Video kommt. Ja, also ich fürchte, der steht über den Dingen. Wenn der nicht über den Dingen steht nach diesem Video, dann weiß ich auch nicht. Dann kann er nicht doppelt so intelligent sein wie wir. Das weiß ich auch nicht. Also dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich wirklich nicht. Ich gucke mal, ob ich gerade, warte mal, lass mich nochmal gucken. Es ist krass, wie schwach Reichelt da wirkte, oder? Es ist nicht krass. Es ist krass. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass die Leute, die das sehen, auf seinem YouTube-Kanal ihn beklatschen dafür, dass er dem Schröder gezeigt hat, wo es lang geht. Und da könnte man jetzt die Bogenspann und sagen, wie erreichst du solche Leute? Die denken, ja, aber das mit den Grünen, ne? Aber du willst doch auch linken Populismus machen. Ja. Für Linke. Ja, also du möchtest sozusagen Linke quasi derartig auf Linie bringen. Na ja, also das ist halt das Problem mit Populismus. Jetzt habe ich mich auch viel mit, bei der Frage, die Frage gestellt immer bei den Grünen. Die Grünen haben diesen Abwehrmechanismus irgendwie nicht. Also die kämpfen nicht zurück. Die sind nicht bissig. Ja, genau. Die lassen das einfach sein. Und ich denke mir so, braucht ihr vielleicht einfach mal Leute, die einfach so, aber macht es dann die, also sind sie deswegen so, weil sie es nicht haben? Oder würden sie dann einfach nur eine CDU sein, wenn sie es täten? Also würde es quasi den ganzen Unterschied, der positiv ist bei den Grünen zu der CDU beispielsweise, würden sie das kaputt machen, wenn sie jetzt auf diesen propagandistischen, populistischen Zug einfach aufspringen, um sich zu verteidigen? Ich verstehe, was du meinst. Das hat man aber auch gerade im Wahlkampf damals gesehen, dass die einfach komplett unbewaffnet sind, wenn es darum geht, irgendwie sich zu wehren. Darf ich eine andere Frage stellen? Noch eine tief intime? Okay, du willst nicht über die Grünen reden. Hau raus. Ich will über die Grünen reden. Scheiß auf Ricarda Lang, aber nicht, weil sie übergewichtig ist oder weil irgendwie keinen Job hatte, sondern weil die nicht weiß, was die Mindestrente ist, obwohl sie in den Ausschützen sitzt. Gut, stell mal deine Frage. Was würdest du jetzt, die Frage riech auf, was würdest du denn wählen, Alex? Also vor allem die Rente, als ob unsere Generation jemals Rente kriegen würde, aber anderes Thema. Hau mal raus. Was wäre denn deinem politischen Interesse einer Konsensentscheidung nach eine Wahl, die du, wenn jetzt 2025 wäre und du würdest vor der digitalen Wahlurne stehen, das Licht wäre gedimmt, niemand könnte auf deinen Wahlzettel stehen, was würdest du ankreuzen? Das nicht zu sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt von dem, was ich tue. Weil wenn ich das täte, würde ich Leute beeinflussen und das möchte ich nicht. Ich sage das, darum sind wir wieder unterschiedlich. Also wie gesagt, ich möchte mich da rausnehmen. Ich kann natürlich nicht 100% meine Meinung rauslassen und ich bin mir sehr sicher, dass Leute, die mir sehr intensiv folgen, wissen, dass du die Grünen wählst. Wenig wählen würde. Das kann ich so nicht sagen. Also ich habe auch schon FDP gewählt, so ist nicht. Okay, man macht nicht immer alles richtig. Ich habe schon diverse, ich bin auch nicht fürs Tempolimit. Also das, ich bin schon für Freiheit. Das ist Spaß. Aber das ist für Frieden. Für Frieden. Ich verstehe ich, aber das ist auch so ein Ding und das ist auch etwas, das du dann halt einfach entscheidest und darum finde ich dieses Gespräch so super. Weil ich finde, weil ich kann mehr mit dir anfangen, wenn ich mehr weiß, wie deine Gefühle sind und wie deine Meinung auf Punkte sind. Aber es gibt zu viel Meinung und Gefühle. Aber das ist nichts, das ist, so ist, ich weiß ja, dass der das denkt, ich weiß ja, dass der das denkt, um die Einschätzung zu schaffen, dass aus dem, aus dem sauber raus recherchierten Video halt das im eigentlichen Sinne nicht dazu beiträgt, dass deine Gefühlswelt nicht vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber ist es nicht traurig, wenn man sagt, es reicht nicht zu wissen, er ist antifaschistisch und er ist ein glühender Kämpfer für die Demokratie. Du denkst, das reicht nicht. Du denkst, das reicht nicht. Es ist ein Top. Du hast mir eine sahnige Torte hingestellt und das sage ich als laktoseintoleranter Mann. Du hast mir eine sahnige Torte hingestellt und ich bin hier einfach nur noch für die Kirsche obendrauf. Wenn man sich mit der Torte alleine nicht zufrieden geben kann, dann kann man nicht wirklich hungrig sein. Ich bin aber auch ein bisschen übergewichtig. Ich brauche die Kirsche. Das ist mein Obst. Ich wollte gerade sagen, zum Gutfühlen für das Vitamin C. Ja, genau. So ist es. Es ist wahr. So ist es wahr. Ja, aber wie gesagt, ich finde, das ist wirklich ein Grundbaustein dieses gesamten Konzepts, weil ich den Leuten eben nicht aufs Auge drücken will, was Richtigkeit ist und was jetzt die politisch richtige Entscheidung ist. Ich möchte den Leuten das Werkzeug an die Hand geben, sich selbst informieren zu können. Aber du willst denen auch sagen, dass sie nicht die AfD wählen sollen. Wie gesagt, der Grundrahmen ist die Demokratie. Und wenn wir nicht für die Demokratie streiten, können wir diesen ganzen Bums hier abblasen. Okay. Ich verstehe. Und wer gegen die Demokratie antritt, ist ein Feind dieses Systems. So, ich verbitte mir aber, also ich verbitte mir, mein Gedanke ist trotz allem, nicht jeder, der die AfD wählt, ist ein Feind dieses Systems. Und das sehe ich, und da unterscheiden wir uns an dem Punkt. Ja, und da, genau, und das ist der Punkt, an dem wir uns unterscheiden. Und ich finde das eigentlich, und ich finde, da ist die Linie eigentlich ziemlich klar auch ausdefiniert. Was meinst du? Sorry, das habe ich gerade nicht gerafft. Nee, wir sind uns ja der Linie ziemlich klar. Ja, genau, wir laufen eigentlich in dieselbe Richtung, bloß eben nebeneinander. Ja, na du auf der einen Seite der Mauer, so und ich noch auf der anderen Seite. Ich laufe links. Genau. Ich laufe auf der linken Seite. Ja, ich laufe auf die Olifanten noch zu. Ähm, ich, ich, ja. Nee, ich finde das, ich, ich, ist es für mich aber cool, das mal so zu hören. Na, hat dir das jetzt geholfen? Ich meine, ich habe dir jetzt auch keine konkrete Antwort gegeben. Nee, doch, du hast mir eine konkrete Antwort gegeben. Du hast mir konkrete Antworten gegeben. Manchmal hat man sie gehört, manchmal eben nicht. Ist ja okay, du musst mir jetzt nicht sagen, wen du wählst. Ähm, ich, ich mache das, ich mache das jetzt hier nicht, weil, weil das auch deine Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. Deswegen, aber das ist, das, so sehr unterscheiden wir uns gar nicht. Nur eben in dem, nur eben in dem... Ich glaube, du bist der Einzige, der das immer glaubt. Hä? Und deswegen wundere ich mich auch immer, dass du dich so aufregst über meine Videos. Und ich denke mir, Alex, du verstehst das vollkommen falsch. Eine Meinungsdiversität zu haben, das lebe ich halt auch. Und ich finde, wir unterscheiden uns nicht groß. Wenn ich aber mit einzelnen Videopunkten, weil ich sie nicht verstehe oder weil ich selber ein bisschen dümmlich bin, nicht übereinstimme, dann sage ich das halt auch. Alex, gib die Hand und stay die Faust. Das ist eigentlich gut. Nein. Auf dich nicht. Ey, einfach nur am Fisten. Das nehme ich als Alert. Räum mal dein Hemd hoch. Räum mal dein Hemd hoch. Zeig mal. Hast du hier ein Tattoo so? Ja, ich bin... Wie tief geht es rein? Es geht ganz tief rein. Ganz tief rein. Bis auf die Titten tätowiert. Und deswegen gehst du auch immer auf Mutter. Jetzt verstehe ich das, warum du das so sagst. Oh Gott. Ja. Gottlos auf Mutter. Willst du auch mal gottlos auf Mutter gehen? Mach ich nicht mehr. Ich hab mich entradikalisiert. Manchmal aber auch auf Väter, muss ich sagen. Der Stammbaum ist manchmal auch, wird angegriffen direkt im Kern. Aber der ist doch ein Kreis. Für viele. Der ist die gut verteidigend. Besonders, wenn die die AfD wählen. Na komm, sag was. Also das Erzgebirge ist schon echt... Warte mal, kamst du nicht aus dem Erzgebirge? Ich komme aus dunklen... Ich bin in der Nähe von Sachsen geboren. Es ist die... In der Nähe von Sachsen? In der Nähe von Sachsen. Also in Sachsen. Ach, ich dachte, du warst Sachsen. Ich bin in der Nähe von Sachsen. In der Nähe von Sachsen bin ich geboren. Pass auf. Oder pass nicht auf. Ich weiß, was ich cool finden würde, wenn du da Lust hast. Und wenn du da Interesse dran hast. Du bist aus Finsterwalde, wird mir hier gesteckt. Finsterwalde. Das ist wirklich Finsterwalde. Mein Name ist Bernhard, ich komme aus Finsterwalde. Ich würde gerne diese Art von Gespräche, wenn du da Interesse hast, einfach wiederholen. Weil ich glaube, dass das super interessant ist und dass sich das auch immer unterscheiden wird in Positionen. Und dass sich das entwickeln wird. Ob nun bei dir oder bei mir. Das wird sich entwickeln. Also wenn du Zeit hast, gerne. Aber schau, der Punkt ist ja, ich finde, solche Gespräche sind nett, aber ich fände es besser, wenn sie faktual vorbereitet sind. Wollen sie das nicht? Also hast du Dinge gesagt, die kein Fakt sind? Also ich kann auf jeden Fall nicht hundertprozentig alles jetzt hier beweisen, was ich gesagt habe, weil es ist ja ein übelst langes Gespräch gewesen. Aber du musst ja auch nichts beweisen, wenn es darum geht, was du fühlst und denkst. Ja, aber guck mal, das unterscheidet uns doch. Du bist auf der Meinungs- und der Gefühlsebene und ich bin auf dieser Ebene, wo ich um Fakten mich bemühe. Mir geht es, weißt du, mir geht es um Fakten. Ich habe ganz große Probleme mit diesem Meinungs- und mit dem Emotionsteil. Ich finde, das steht uns im Weg. Wir brauchen wieder mehr Fakten im Alltag und im Leben. Aber Meinung und Emotionen machen dich ja aus. Und hier geht es nicht darum, Fakten in Frage zu stellen oder die nicht anzuerkennen, sondern einfach, um das für mich selber einzuordnen. Ja. Aber wieso kannst du das aufgrund der Fakten nicht einordnen? Ich kann das aufgrund der Fakten einordnen. Wir haben ja von der Sahnetorte gesprochen. Es geht nur um On-Top. Eine On-Top-Einordnung. Naja, für mich. Ich glaube, da verstehe ich das Konzept, also deinen Ansatz irgendwie nicht so ganz. Also wenn dir das jetzt was gebracht hat, dann freue ich mich natürlich. Auf jeden Fall. Ich fand es super. Ich fand auch, also ich hatte Feedback-technisch, was ich jetzt hier so im Nebensatz erwähnt habe, fanden das auch ziemlich viele Leute sehr interessant. Ich, also für mich ist das nicht, für mich ist das ein wertvolles Gespräch. Ich muss da nicht, also ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier noch faktenbasierter sein konnte, weil jeder ja so ein bisschen gesagt hat, was er an gewissen Punkten denkt. Zur Einordnung von Faschisten und Rechtsextremen so, das ist ja, was brauchst du dafür, also was braucht man für zusätzliche Fakten? Wir kennen die Zahlen, wir kennen die Zahlen beide, wir stehen halt nur an unterschiedlichen Orten im Ausgang. Ja, aber die Frage ist doch, wo kommen die Zahlen her? Wie entwickeln sich die Zahlen? Wo gehen die Zahlen hin? Wie kann man die Zahlen beeinflussen? Wer steht konkret für welche Zahl und warum? Also, wie gesagt, man kann Menschen ja nicht auf Zahlen runter, also auf eine Zahl irgendwie runter dampfen. So, und das ist im Endeffekt sehr viel komplexer, das System. Und das versuche ich den Leuten auch immer irgendwie beizubringen, das ist, und da kommt wieder der Geografielehrer raus bei mir. Ich muss mal ganz kurz rülpsen, Moment. Rülps mal. Der Geografielehrer will raus, merkt er. Bleibt drin, Mann. Der kommt aus der Mate. So. Es geht um systematisches Denken. Also, Geografie ist eigentlich die Lehre der Systematik. Also, Geosgrafien, die die Erde beschreiben. Die Erde ist einfach ein System von ganz vielen Systemen, die miteinander in Verbindung stehen. Und so ist auch eine politische Wahlentscheidung ein ganz komplexes, systematisches Geflecht an Zusammenhängen, die dazu führen, dass ein Mensch sich dazu entscheidet. Und es ist nicht nur, er ist ein Wichser. Okay, aber ich muss da nochmal dagegenhalten. Es gibt keine Opferrolle, die du einnehmen kannst, um zu rechtfertigen, dass du Rechtsextreme willst. Es geht doch nicht. Das ist ja, weißt du, Opferrollen, Nazi-Keulen, das ist viel zu einfach. So einfach ist doch die Realität nicht. Es geht nicht darum, dass da eine Opferrolle eingenommen wird, sondern dass diese Situation dazu führt, dass man beispielsweise in Kreisen unterwegs ist, die völlig falsch oder schlecht informiert sind, die sich in selbstbestätigenden Echo-Chambers gegenseitig zu irgendwas anstacheln. Und natürlich sind darunter eine gewisse Anzahl, ich weiß jetzt die aktuelle Statistik nicht, die gesichert rechtsextrem sind. Ich sage ja nicht, dass es nicht auch eine klare Menge an Rechtsextremen in Deutschland gibt, bei denen es überhaupt keine Frage ist, ob die antidemokratisch sind und gegen dieses System sind. Selbstverständlich gibt es die, aber es sind eben nicht alle, die die AfD wählen würden. Also laut Hochrechnung. Kommt ja auch noch dazu. Wir wissen es ja gar nicht. Genau. Wir wissen es ja gar nicht. Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Punkt, beispielsweise. Bin ich vor ein paar Wochen drüber gestolpert. Hast du schon mal was von wahlkreisprognose.de gehört? Nein. Genau. Und wahlkreisprognose.de waren die Ersten, die diese ganz krasse Statistik zur BSW rausgebracht haben. Was waren das? 17 Prozent? Du meinst das, was wäre, wenn Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt in dem Kreis gewählt werden würde? Das war die Erste, glaube ich, die Erste oder eine der Ersten Statistiken, die rausgekommen sind. Und die hat 17 Prozent oder sowas angezeigt. Und das war natürlich insane. Das hat Schlagzeilen gemacht. Und das war bei Insa, wenn man sich, und deswegen geht es um Fakten, Insa, 2015 muss das gewesen sein, waren die Ersten, die richtig krasse Ergebnisse für die AfD vorhergesagt haben. Und der Chef von Insa war so mit der AfD. Und der Chef von Insa ist jetzt so mit der BSW. Und da gibt es eben Verknüpfungen und Manipulationen, die im Hintergrund viel mit der Wählermeinung machen. Und wenn dir jemand sagt, BSW kommt safe in den Bundestag, kannst du wählen, dann wählen die Leute das. Wenn dir jemand sagt, AfD, kannst du wählen, komm safe in den Bundestag, du wirfst deine Stimme nicht weg, dann macht das was mit dem Wahlergebnis. Und das sind ganz viele kleine Bausteine, Puzzlestücke, die dann eben dazu führen, dass die Realität, so wie wir sie dann in Zahlen und Fakten wahrnehmen, durch, also quasi beeinflusst ist. Und ich versuche den Leuten zu erklären, wie komplex diese Systeme sind, dass es am Ende dazu führt. Das verstehe ich auch. Und die Komplexität ziehe ich ja auch gar nicht in Frage und wird ja auch irgendwie nicht streitig gemacht oder strittig gemacht, gar nicht. Darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, die BSW-Sache haben wir hier gar nicht besprochen, so an sich. Ich bin einfach nur der felsenfesten Überzeugung und das wiederhole ich mich jetzt natürlich wie so ein Aufziehpüppchen. Für mich spielt es keine Rolle, aus welchen Gründen und warum. Also für mich komplett nicht. Und vielleicht war Opferrolle nicht klar genug, aber für mich spielt es keine Rolle, aus welchen Gründen du Faschisten wählst. Für mich bist du dann ein Faschist. Der Grund ist mir egal. Wie gesagt, das ist der Punkt, an dem wir nicht übereinkommen. Genau. Aber das ist doch gut. Das ist doch gut. So, das ist eine klare Haltung von mir und das ist eine klare Haltung von dir. Und jetzt schicke ich dich ins Bettchen. Ich, du, ich habe jetzt, du hast gesagt, du hast noch zwei Fragen, eine hast du rausgehauen. Oh, warte mal. Ich glaube, eine Frage müsste noch da sein. Ich glaube, ich habe die zweite vergessen. Ja, ich habe sie vergessen. Ich habe keine Ahnung. Das fällt mir keine Ahnung. Vielleicht musst du ja auch ins Bettchen. Ist ja auch schon spät. Nee, so lange war ich gar nicht hier. Ich werde jetzt gleich noch, ich werde jetzt gleich noch, ich weiß nicht, was ich jetzt gleich noch machen werde. Ich habe keine Ahnung, aber das, mir fällt keine zweite Frage ein, wenn ich eine zweite Frage habe. Ich muss jetzt auch noch einen Eisberg aufnehmen tatsächlich. Was? Ich habe hier, ja, safe. Alter, Alex, können die mal eine Pause haben? ich bin auf der, also das kann ich ja mal ganz kurz raushauen, wir sind ja unter uns. Ich bin auf der, es gibt ja diese Burnout-Skalen, Was machst du da? Ich bin auf der Burnout-Skala 11 von 12 gerade. Ich hatte letztes Wochenende einen kompletten Nervenzusammenbruch. Aber es ist, weißt du, man muss halt durchziehen. Nee, muss man, nee, da sind wir auch wieder gänzlich anderer Meinung. Ich bin sehr großer Verfechter von geistiger Gesundheit und den langfristigen Folgen von der kompletten, überarbeiteten, auch wenn es, auch wenn ich hier immer lustig sage, ha, ha, hi, hi, das, was ich mache, ist keine Arbeit. Das Workpensum, was man sich, was man sich zuschreibt. Und ich glaube, bei dir ist das deutlich mehr, als ich es mir vorstellen kann. und irgendjemand anders. Da musst du einfach sagen, du schadest dir mehr und ich will das jetzt ja gar nicht als Gesundheitsdoktor oder so machen, aber am Ende glaube ich, du schadest dir mehr, wenn du durchzieht, als wenn du sagst, ich mache mal ... I know, I know, I know, aber ich, wie gesagt, ich glaube ja an das, was ich tue und das ist für mich ja nicht ein Brotjob, den ich mache. Ich mache das aus Überzeugung. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, was ich mache und deswegen gebe ich alles, was ich habe, dass das funktioniert. Und natürlich gibt es dann halt noch so ein paar Sachen, die ich aus Doodle Die mache. Aber das meiste, mein Leben ist dedicated für diese ganze Social Media Geschichte. Also das, was ich hier mache. So, alles fließt darauf hin. Und ich weiß, am 2. April wird mein Head-Auto endlich anfangen und ich kann vielleicht endlich mal wieder mehr als vier, fünf Stunden schlafen. Und dann geht es dann sukzessive weiter. Ich habe 600 Bewerbungen bekommen. Ich habe gar keine Zeit, die durchzugehen. Ich muss jemanden einstellen, der diese Bewerbung durchgeht. Ich habe ein großes, ich habe hier nicht nur ein Problem mit Nazis, ich habe auch ein Problem, wie du mit dir selber umgehst. Und darum spreche ich jetzt für alle Menschen, die das gerade gleichzeitig fühlen. Gönn dir mal eine Pause, Digga. Ab April. Nee. Vielleicht. Schneller. Schneller bitte. Das funktioniert leider nicht. Dann mach es, dass es funktioniert. Ich sage es dir einfach so. Als von anderer Content-Deep zu Content-Creator. Gönn dir mal eine Pause. Weil das ist nicht cool. I agree to disagree. Verdammt doch mal! Hör auf, Reitel zu zitieren! Das ist ja fucking, okay, alles klar. So, dann lasse ich dich jetzt, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Und würdest du mal mit Reichelt in ein Gespräch gehen? Nee, ich würde aber gerne mal einen Stein durch sein Fenster werfen. Aber gut, das ist natürlich auch, das sind wieder, guck, und das ist eigentlich wieder blöd, diese Extrem-Diskussion wieder. also, da habe ich jetzt schon wieder selber den Fehler gemacht. Aber ich glaube nicht, also ehrlich, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich mit Reichelt sprehen würde. Ich habe, wenn Florian Schröder ein so intelligenter Mann, an den Mann nicht rankommt, und die denken Leute, also... Nee, ich glaube, und schau, das ist der Punkt, also man muss das auch nicht tun. Und das ist auch der Punkt, das habe ich auch gestern bei Hard Aber Fair gesagt, wir müssen aufhören, ständig, und das ist ja im Endeffekt auch das, was hier schon wieder falsch gelaufen ist, wir müssen aufhören, ständig über die AfD zu reden und wir müssen über die Probleme und die Prozesse im Hintergrund reden, was denn eigentlich die Themen sind, um die es geht. Wir müssen aufhören, denen die Möglichkeit zu geben, ständig dieses Migrationsthema nach vorne zu heben, das ein winziges Problem ist im Vergleich zu den anderen Problemen, die auf uns zukommen in den nächsten Jahren oder in denen wir mittendrin sind. Beispielsweise haben wir jetzt als Staat einen Rüffel dafür bekommen, Rüffel ist untertrieben, dass wir einfach keinen Blick auf Gleichberechtigung haben. Von Europa, ne? Ja, ja. Von der EU. Also, es läuft sehr viel, sehr schief aktuell und das ist halt ein Problem und das ist, also nicht, dass es unwichtig ist, aber es gibt so viele andere Probleme, mit denen sich diese Partei niemals auseinandersetzen würde und niemals drüber sprechen würde, weil es komplex ist und weil es schwierig ist und weil sie möglicherweise genau das Gegenteil von dem wollen, was ihre Wählerschaft will, weil es eigentlich eine noch elitärere Partei ist als die FDP und das muss man den Leuten halt immer wieder erklären. Was wollen sie eigentlich wirklich und was ist eigentlich das, worauf sie, ja, worauf sie bauen in Zukunft? Glauben dir das nicht? Egal. Egal. Öffentlich-rechtlich finanzierter Links-Grün-Vorsifter. Tja. Alex, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir wirklich. Ich würde das gerne wiederholen, wenn du das möchtest. Bitte zu einem Zeitpunkt im April, vielleicht auch nach Ostern, wenn du dich ein bisschen freimachen kannst, weil ich habe jetzt ein richtig schlechtes Gewissen. Ich möchte, dass du das weißt. Ich fühle mich wegen dir schlecht. So, Gaslighting ist da. Ja, toll. Wer hat den Strohmann, wer hat Gaslighting. Also auf jeden Fall Populismus und Flieg. Aber das ist ja gut. Also du hast ja gesagt, das ist die Mission. Genau. Genau. Das ist meine Mission. Und wenn du jetzt mit deinem linksradikalen Lager hier unterwegs bist, mach ich mal kurz noch Eigenwerbung. Wir sind auf dem Taz, 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 Taz Lab, Taz Lab, also es ist Englisch, Taz Lab, am 27.04. in Berlin mit unserem Podcast Satz wie Kruppstahl live, könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Was ist denn das Taz Lab? Erklär das mal kurz. Ist das eine Messe? Das ist quasi, ne, es ist so ein Summit der Zeitung Taz, wo zu allen möglichen Themen debattiert und gesprochen wird und also das Thema ist alles Osten oder was. Hm. Und deswegen ist Berlin wahrscheinlich dann, oder? Genau, es ist immer Berlin. Naja, die Taz ist Berlin, also werde ich jetzt gesagt. Aber es ist immer, wenn irgendwas journalistisches ist, es ist Berlin. Es ist halt eine Katastrophe, dass man immer in dieses Moloch fahren muss. Ja. Ähm, ich, also Taz Lab, 27.04. Berlin. Kommt mit der Bahn. Parkplätze gibt's nicht. Gut. Alles klar. Und du gehst jetzt, geh jetzt, ich mach das jetzt einfach so, so ermahnender Finger, nimm nicht zu lange auf heute. Ich wollte gerade sagen, es hilft leider nix, weil die Produktionsprozesse halt einfach so getaktet sind, dass ich heute durchziehen muss. Darum mach ich auch keine YouTube-Videos, sondern kopiere das einfach nur aus meinen Streams raus, weil wenn ich so ne Scheiße höre, denk ich mir, ach du Kacke. Ach du meine Güte. Krass. Aber freut mich, dass du trotzdem mit meinen Inhalten Geld verdienen kannst, hä? Ja, natürlich. Willst du was haben? Du, es ist, darum geht's ja nicht. Sonst wär ich nicht zu Funk gegangen. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du bei Funk durchgesetzt hast, dass man auch mal drauf reagieren darf. Aber ich wusste nicht, dass das anders wäre. Oh doch. Also ich glaube, das ist tatsächlich immer, ja? Ist das jetzt? Ja, ist ein großes Problem. Alles was öffentlich-rechtliche, ich hab da gestern einen großen Tilt gehabt bei Hart, aber fair. Weil ich hätte gerne dazu noch, ich hab so viel gesagt und eingebunden, dass ich das gerne irgendwo hochgeladen hätte, auch wenn's nicht monetarisiert ist. Aber es ist, es ist, also es kotzt mich an. Es kotzt mich wirklich an. Schade, aber naja, ich bin nur ein Dieb. Darüber hab ich mit Luis auch gesprochen. Das ist beim linearen Fernsehen und bei, der Geolehrer will wieder raus, und bei Mediathek-Inhalten ist das tatsächlich problematisch. Ich glaube, bei Funk-Kanälen können die das alle persönlich entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und für mich liegt das natürlich völlig auf der Hand, dass das notwendig ist, weil darum geht's ja. Also erstens, weil's natürlich auch Rundfunk finanziert ist und dementsprechend, ist ja auch immer meine Kritik gewesen, es ist ja allgemein gut eigentlich. So dementsprechend sollte man damit auch weiterarbeiten und das weiterverwerten können. Und zum anderen gehört das ja gerade bei meinen Inhalten super dazu, dass Leute drüber debattieren und drüber diskutieren. Super wichtig. Ja, mach ich. Schade nur, dass man mich offensichtlich nicht immer versteht. Aber daran arbeiten wir auch. Das ist ja so deprimierend. Was ist denn... Aber hast du das Anzeigen-Hauptmeister-Video gesehen? Ja, fand ich sehr gut. Fandest du das verständlicher? Ja, ich fand das sehr gut. Habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Also ich brauche wirklich einen extra Tag, einen kompletten Arbeitstag, um den Text verständlich zu machen. Also das Anzeigen-Hauptmeister-Video-Chat, wir haben's gesehen, ich frag das kurz in meinem Chat, das war doch super krass, oder? Wir haben das gestern gesehen, das war schockesell, wie man in Dubai-Dubi-Movies sagen würde. Das war gut. Das war tiptop. Ja, viele Leute, die mir zustimmen. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, gebt mir alle euer Geld und die würden mir zustimmen, aber da war sie. Also ich hatte in der Wahrnehmung wirklich sehr positiv. Ja, und da müssen wir hin. Also das ist was, was wir jetzt auch quasi, was auch in der, ich sag mal, in der Qualitätsprüfung, das klingt natürlich immer so komisch. Es gibt quasi mehrere Journalisten von Seiten des MDR, die mit mir dann zusammen das alles nochmal auf Korrektheit und auf inhaltliche Sauberkeit überprüfen. Also wo sage ich meine Meinung und wo kann ich es nicht begründen durch Fakten sozusagen. Wo ist es schwer verständlich? Also das ist halt einfach eine runde Sache wird, was vom Arbeitsprozess ultra anstrengend ist, das kann ich euch sagen, und sehr viel mehr Arbeit als vorher. Aber ich glaube, dass das am Ende dazu führt, dass das Produkt besser verständlich ist und vor allen Dingen auch viel genauer da trifft, wo es treffen soll und dass ich nicht permanent verklagt werde. Das hilft auch. Ist das ein Problem für dich? Permanent verklagt zu werden? Ja, also hast du damit jetzt schon zu tun? Nö, also bis jetzt bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen tatsächlich. Ich meine, ich habe gestern mit Herrn Lauterbach gesprochen und über den habe ich schon mal einen Exposed gemacht. Also es ist, basically hat das nie was gebracht. Okay, alles klar. Hat er nicht gesehen, sagst du. Ich glaube schon, dass er das gesehen hat. Ja? Ich habe mich an den Tisch gesetzt und Lauterbach hat es mir so gemacht. Wow. Boah, wenn Lauterbach mir mal den Finger zeigen würde, dann würde ich ihm auch einen Finger zeigen. Also Philipp Amthor hat mir sogar Grüße bestellt. Philipp Amthor hat die Grüße bestellt? Die würde ich auch einen Finger zeigen. Als ich mit Herrn Ploss debattiert habe, der ein guter Freund von Philipp Amthor ist. Was? Naja, natürlich kennst du als Politiker, wenn jemand ein Video mit hunderttausenden Aufrufen über dich macht, kennst du das, na klar. Also ich würde, also wenn... Du kriegst das doch von deinen Pressereferenten dann sofort mitgeteilt und gezeigt. Ich habe mal eine Ansage gegen 13 Fragen gemacht und die haben sich dann nochmal entschuldigt und ich habe gesagt, die sollen mir nicht schreiben und dann habe ich sie nochmal beleidigt. Wer jetzt? 13, ist egal, war ein anderes Format. Ja, aber 13 Fragen, guck mal, ich glaube, da wären wir zum selben Format eingeladen worden. Ey, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, Alter, du stehst auf der Gegenseite. Ich habe es schon so im Urin gehabt. Ich habe es schon ein bisschen so, ich dachte, oh Gott, das riecht nach Spargel, du stehst auf der Gegenseite. Das wäre krass gewesen. Was das für eine Sendung gewesen wäre. Die Grito desagriert wird dann am Ende gesagt. Genau, das wäre das Ergebnis gewesen. Das wäre krass gewesen. Mann, das haben sie sich aber auch echt verrissen, ey. Ja, aber also ich habe auch konkret gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Also für mich ist das, nach dem letzten Mal ist das durch. Das ist mir zu sehr abgewichen von dem, was eigentlich geplant war, dass da stattfinden sollte. Und im Schnitt dann auch alles irgendwie ein bisschen. Ach, da schneiden die an deinen Aussagen rum oder was? Ja, klar. Einen kompletten Block haben die weggenommen. Nämlich den Grund, wir waren da, ich glaube, ich habe ein Video darüber gemacht oder eine Reaction zumindest. Wir waren da, es ging um kulturelle Aneignung, nee, nicht kulturelle Aneignung, warte, warte, es ist schon wieder so lange her, vielleicht das Erinnerungsvermögen. Ging es um Body Shaming oder Body Positivity? nein, gar nicht. Es ging um, es ging um das Thema, wie geht man mit problematischer Kunst um oder mit problematischen Künstlern. Ach so, Und ich war eingeladen zusammen mit einem Musikjournalisten und wir haben dann, der Typ von Leila war auch da und so, ne? Beispielsweise Roger Waters haben wir erwähnt als Thema und so ein paar Musikthemen, weil das ja unser Bereich ist. Einfach mal erklärt, woran erkennt man die Grenze zwischen hier ist es nur der Künstler, der problematisch ist und hier wird es die Kunst, die problematisch ist. Das war der Aufhänger, ne? ja genau, Kunst vom Künstler trennen war der Aufhänger. Der Rammstein-Aufhänger wahrscheinlich. Nein, es war nicht der Rammstein-Aufhänger. Aber das war zu der Zeit, oder? Das war zwei, also das war Ende, also das war Ende des Sommers. Das Thema lag schon eine Weile und ich habe, also es war konkret nicht Rammstein, sondern Kunst vom Künstler trennen. Wir haben ganz viele Beispiele gebracht und am Ende haben sie es eben auf dieses Thema dann zugeschnitten und wir haben uns dann auch beschwert, dass das jetzt inhaltlich nicht das war, worauf wir uns eigentlich vorbereitet haben, weil wir können uns da jetzt nicht hinstellen, Feministen, äh, 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 Feministinnen erklären, äh, also was sollen wir denn da? Wir sind musikjournalistisch unterwegs gewesen und dann ging es um feministisches, Feminismus. Was soll, was soll ich da debattieren? Ah. Da können wir uns ja auf dieselbe Seite stellen, so, das ist ja Bullshit gewesen. Ja, gut, dass ich dann, dann doch nicht, dass das nicht stattgefunden hat, dann hätten die mich ja einfach, dann hätten die mich ja einfach, ich hätte mich dann da hingestellt und dann wäre das Video vorbei gewesen und ich hätte kein Wort gesagt, so viel hätten die rausgeschnitten. Bin mir ziemlich sicher. Naja, oder es wäre halt dann plötzlich ein ganz anderes Video gewesen, keine Ahnung. Oder man sieht so, also ich finde das und auf einmal ein Cut und am Ende sage ich, gut. Ja, genau. Keine Ahnung. Aber das ist ja, ich glaube, das ist ja auch ZDF, ich bin ja Team ARD. Ja. Weil mit dem zweiten sehe ich nichts. Nee. Weißt du eigentlich, wie viele Leute, also nee, habe ich dir nicht erzählt. Auch mal raus. Ich habe immer ganz, ich habe immer ganz viele Leute weggeklatscht, die dummen Kommentare über deinen, 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 was haben sie immer gesagt? Alle möglichen abfälligen Kommentare darüber. Du gehst da natürlich anders mit um, aber ich habe wirklich gottlos Schellen verteilt für diese dummen Sprüche. Bei was? Naja, zu deinem, zu deinem Auge. Mit dem zweiten siehst du nicht so gut, meintest du. Ja, und wo kamen die Kommentare? Mit meinem Stream. Bei, jetzt gestern oder was? Nee, das ist schon eine Weile her. Okay. Das ist eine ganze Weile her. Ich erinnere mich nur gerade dran, weil du einen Witz drüber gemacht hast. krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es, also vielleicht ist man mir gegenüber da halt einfach nicht mehr so. Also unter meinen Videos sehe ich es nicht, nicht mehr so häufig. Ja, ich muss auch sagen, es ist eine ganze Weile her. Es ist eine ganze Weile her. Gesellschaft hat sie offensichtlich noch nicht verbessert, dahingehend. Nee, es gibt immer Trottel. So, ich lasse jetzt sie, eine Sache will ich noch wissen. Aber nicht alle Trottel sind Nazis. Aber alle Nazis sind Trottel. Da können wir mal agreeen. Agree to agree. Agree to agree. Eine Sache will ich noch wissen, bevor du gehst. Wie viel Kohle kriegst du vom Funk? Ja, das ist eine despektierliche Frage. Oh mein Gott. Ey. Erfinde doch einfach eine Zahl. Jetzt sag, 100.000 Euro. Ich bin genauso viel wie Böhmermann im Jahr. Nee, nee, also, also der Punkt ist, der Punkt ist, das ist ein Produktionsbudget. Von dem du verfügen kannst dann. Wo ich sozusagen gar keinen großen Posten selbst bekleide. Also, es ist im Endeffekt abhängig davon, ob ich es schaffe, das irgendwie umzusetzen. Ob ich es schaffe, das auszugeben. Nee, so ist es ja gedacht. Du musst es ausgeben für Mitarbeiter, für Aufnahmeplätze, für Gehälter. Und das ist dann Budget einfach. Also, das ist der Punkt. Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit Werbung für, oh, ich kann jetzt hier keine Namen droppen. Also, sag mal, die Integration mache, nee, Eier rasieren war nicht so geil. Da habe ich ja am Ende. Aber, wie gesagt, ich bewege mich jetzt in justiziables Terrain, wenn ich jetzt hier irgendwelche Namen droppe. Alter, weißt du, mein ganzer Stream ist justiziabel. Das ist was. Ja, aber du sitzt in der Schweiz, Mann. Ja, das hat doch seinen Grund. Du irgendwo in Bergen und dann erreiche ich die Post nicht. Ist doch geil. Da reicht mich nicht, weil nur nicht die Post. Nein, also pass auf, der Punkt ist, der Grund, warum ich das eingegangen bin, war nicht, dass es jetzt mehr ist, als es vorher war, sondern, dass es regelmäßig verbuchbar ist. Also, ich weiß, ich kann jede Woche ein Video raushauen und habe Summe X. Das heißt, ich kann jede Woche, jeden Monat Summe X an Gehältern zahlen. Und mit dem, was da kommt, kann ich mir dann sukzessive eine professionelle Produktion aufbauen. Also, es ist wirklich dieses Investment in die Zukunft und dann gucken, was damit passieren kann. So. Also, anders kann ich es nicht sagen. Ich werde jetzt hier keine Zahlen nennen. Okay. Respektiv. Zumal ich, soweit ich weiß, auch, also, ich glaube, ich glaube, die Zahlen sind noch öffentlich. I don't know. Ja, die Zuschüsse, die Einzelne kriegt, aber nicht die Zuweisung in dem Medium selber. Aber das ist ja egal. Ist ja egal. Quasi verbeamteter YouTuber. Mit Personalverantwortung auch noch. Ich versuche schon seit 20 Minuten, dich hier aus dem Stream zu ekeln, aber ich kriege es einfach nicht hin. Nee, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt auch. Ist was. Nee, ich sehe jetzt auch gerade, es ist halb zwölf. Ja, ich habe dich. Fucking hell, ey. Ja, ich weiß auch nicht, was du willst. Geh ins Bett. Ja. Habt ihr schon mal von Phantomluftschiffen gehört? Nee. Tja, Donnerstag, Eisberg. Ich toleriere das jetzt nicht einfach. Gut. Ich danke dir für deine Zeit, Alex. Wirklich. Umso mehr noch, weil ich weiß, wie spärlich du sie im Rahmen deiner eigenen Verwirklichung von Gesundheit nutzen kannst. Wieso klingt das immer alles ironisch, was du sagst? Das stimmt gar nicht. Ich meine das ernst. Ich habe letztens auch was Positives über andere gesagt und alle im Chat so, hallo XD, das ist ja voll gemein. Und ich so, was meine ich nicht ironisch? Ich schaffe es nicht mehr, aus meinem ironischen Ton rauszukommen anscheinend. Das ist mein Problem. Ich meine das wirklich ernst. Guck mal, ich habe so ein Schild. Ja, ich brauche anscheinend auch so ein Schild. Und du brauchst das Gegenteil davon. Achtung, keine Ironie. Naja, oder ich muss einfach das Schild die ganze Zeit als Display hinter mir, die wir übrigens mit dem Code Stay... Holzkern habt ihr gehört, ne? Holzkern. Ja. Schön, schön die Holzkerne. Ja, ähm, ich werde nicht weiter darüber reden. Ich meine das nicht ironisch. Ich meine das wirklich ernst. Es ist, verletzt mich auch. Das war ja auch schon. Deine Ironie verletzt dich. Nein, deine, deine Missässige... Meine Ironie verletzt dich. Nee, ich will nicht weiter darüber reden. Ironie ist nicht verletzen, Sarkasmus und vor allen Dingen Zynismus sind erst verletzen. Das fängt schon wieder an, Fachbegriffe zu benutzen, die ja keiner versteht. Ja, ähm, also gerne, sollten wir das nochmal tun, gerne vielleicht, äh, nicht so aus dem Stand, wenn ich denke, ach, ein kleines, nettes Schwätzchen mit Stay. Hey, komplette Konfrontation. Ja, wow, ja. Hä? Ich finde nicht, dass du mir... Du, ganz kurze Stilkritik, ein kleines bisschen Vorbereitung, zumindest mental oder emotional. Alex, wenn du ein Gespräch mit mir hast und du weißt, wer ich bin... Hey, wir verstehen uns doch ganz gut. Du brauchst den Leuten jetzt nicht so erzählen, dass wir irgendwie komplett konfrontativ werden. Sind wir ja auch nicht. Ja, sind wir ja auch nicht. Aber du hast es doch gerade gesagt. Es wird ein nettes Gespräch und dann muss ich hier aus dem Vollen schöpfen. Was, wie aus dem Vollen schöpfen? Also, jetzt muss ich aber mal Folgendes sagen, ne? Ich bin hier der Typ, der mich die ganze Zeit intellektuell überfordert wird und dann machen wir ein Live-Gespräch und du sagst, oh, jetzt muss ich hier aber aus dem Vollen schöpfen. Na, ich muss doch anknüpfen. Naja, aber doch nicht an meine Über... Also, was? Jetzt wäre ja aber... Jetzt wird es aber wild hier. Na, aber hier, dann lass doch mal hier Idee. Lass doch einfach beispielsweise, ich habe vor, zur US-Wahl die ganze Nacht durchzustreamen und das zu analysieren. Lass doch da einfach ein bisschen das gemeinsam machen. Ich lade noch Rezo ein. Wenn er Zeit hat, machen wir ein Triple Threat. Der hat letztes Jahr auch Bock gehabt. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr sagt, fickt euch beide. Also, es wäre sehr verständlich, wenn Rezo sagt, fickt euch beide. Also, bei mir nicht. Ich bin auf seinem Privattelefon eingespeichert. Ich auch. Wow. Tu nicht so, als ob das nichts Besonderes wäre. Für mich ist das was Besonderes. Dann holen wir noch Drakon dazu. Kennst du den? Ich glaube, der mag mich auch nicht. Ich glaube, die mögen mich alle nicht. Alex, deswegen sitze ich auch hier in meinem Elfen-Kentrum. Nee, du bist nicht Saruman, Alter. Du bist, die Leute, wir sind nicht die Ents. Du hast unseren Wald nicht abgefackelt? Weißt du, das Problem bei Saruman ist, der ist rausgecuttet worden aus der Kinoversion. Und so fühle ich mich in jeder Talkshow. Ich bin, also, Saruman und ich haben sehr viel gemeinsam. Weißt du, was du verstehen musst? Ich stelle mich auch nach so einem alten, weißen Mann, wie der ist. Ich werde jetzt mal übergriffig und erkläre jetzt mal ein paar Dinge. Jetzt wird der Papa ... Drakon mag dich. Ich mag dich. Alle die, die ein kritisches Wort zu deinen Videos verlieren, heißt nicht, dass die dich doof finden. Ich weiß nicht, von meinem Werk distanzieren. Das habe ich noch nicht gelernt. Du musst das nicht nur machen, sondern du musst auch aufzuhören, Kritik auf ... Das sehe ich aber anders, auf dich zu projizieren. Ich bin so ein Typ, ich würde auch noch Duelle ausfechten. Wenn du hier wärst, sagt, links, rechts. Aber für mich ist ein Duell was mit einem Yu-Gi-Oh-Deck und du holst dein Magic-Karten-Deck. Ich habe ... Wow, genau. Lass uns eine Runde Magic spielen. Das lerne ich für dich. Also ich lerne es wieder. Ich konnte das mal. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt gesagt, du bist ein Magic-Spieler. Ich bin eigentlich ein Yu-Gi-Oh-Spieler und dann haben mich alle dafür ausgelacht und dann habe ich Magic-Karten gelernt. Parabel, man der vielfarbige. Absolut. Ich spiele am liebsten tatsächlich alle Farben-Decks, ja. Ich weiß gar nicht, was ich spiele. Ich spiele ein Starter-Deck. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Auf jeden Fall. Grün ist auch gut. Omnat. Glow-Gust-of-Mana. Geil. Ich schicke dich jetzt noch ein letztes Mal ins Bett. Hör auf. Mir wieder Worte zu geben. Okay. Das nehme ich als Fazit mit. Hör auf, sagt Stay. Hör auf. Du kommst jetzt jetzt nicht wieder auf die Worte. Morgen in der Bild Stay. Hör auf. Hör auf. Genau. Ist ja ganz kurz noch. Oh Mann. Ist euch als Zuschauern aufgefallen, dass es mittlerweile auch in, ich sag mal, klassischen Medien, Online-Beiträgen, wenn über eine Sendung berichtet wird, ein Konflikt in der Headline steht und nicht etwa das und das zu dem und dem oder das Thema, sondern in der Sendung hat Lanz so richtig ausgeteilt oder sowas. Klar, wird wie auf YouTube gemacht. Clickbait ist alles. Richtig. Aber das hat also wirklich innerhalb der letzten Monate Einzug gehalten, auch in Online-Artikel-Überschriften. Wollte ich nur ganz kurz stehen lassen, finde ich krass diesen Schritt. Beobachte ich aber schon eine Weile, muss ich sagen. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jeden Tag diesen Nachrichtenscheiß lese. Also jeden Tag in diesem Portfolio-Ausmaß. Nicht, dass du das nicht tust, aber... Also ja, klar, aber ich wollte... Meine Güte, ich wollte es doch jetzt nur mal ganz kurz mit den Leuten... Du hast angefangen, ich wollte dich nach Hause schicken und du fängst an, eine Sache noch. Ja, war doch jetzt eine Sache. So, und ich hab gedacht, der ganze Stream wird so, und dann muss ich die ganze Zeit mich hier irgendwie verteidigen oder irgendwas aus der Hüfte schießen und sagen, warum findest du die Nazis nicht so schlimm wie die Nazis und solche Geschichten? So. Fertig jetzt. Gut. Flasche leer. Gut. Abschluss, abschließendes Wort dazu. Ich danke dir für deine Zeit. Keiner mag dich nicht, weil er ein kritisches Wort zu deinem Video verliert. Hör auf, das auf dich zu projizieren. Oder weil er ein Nazi ist. Hör auf, das auf dich zu projizieren und lenk jetzt auch nicht mit irgendwelchen lustigen Sprüchen ab. Ich will dir ein Kompliment machen, das ist mein Ernst. Deswegen, projizier das nicht auf dich, überarbeite dich nicht. Nein, hör auf, rein zu quatschen. Hör auf, das auf dich zu beziehen und gute Nacht. So, das war's. Gut. Aber wen raiden wir jetzt? Also du bleibst online, ich weiß schon, aber wen raide ich jetzt? Naja, offensichtlich nicht mich. So, ich bin raus. Soll ich dich raiden? Nee, raid mich nicht. Ich finde, unsere Zuschauergruppen sind gerade hart polarisiert. Die sind gerade aufgerieben. Die sind gerade aufgerieben alle. Die entladen sich gleich. Ja, deine Follower-Schaft ist größer als meine, aber meine sind aggressiver. Alex, ich geh jetzt. Hör auf, hör mir auf bitte, ja? Ja, ich raide dich jetzt mit meinen Leuten. Alex, hör doch auf zu reden. Sag einfach tschüss. Alex, hör auf zu reden. Jeder im Internet weiß, dass es nicht passieren wird. Schaffst du es jetzt hier? Danke. Tschüss. Tschüss. Da winkt er. Ich bin einfach aus dem Discord-Call gegangen jetzt auch. Ich habe jetzt gewartet, bis er Tschüss gesagt hat. Jemand hat in den Alex-Chat reingeschrieben, Stay hat offen zur Wahlmanipulation aufgerufen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Status ist geil auf Klicks, der will Alex nur nutzen. Derjenige, der das geschrieben hat, er meint Karl. Karl hat den, das war ich nicht, das war Karl. Karl, die Leute verwechseln dich immer noch mit mir und ich kriege es dann ab. Ich kriege es ab. Warum kriege ich das immer ab? Karl. Immer bin ich es, sagt ein Narzisst. Immer bin ich es, ich bin es immer. Sehr gutes Gespräch. Ich will, was das angeht, sehr gutes Gespräch. Mir war nicht, Chat, ich möchte das davor sagen, mir war nicht klar, dass er so wenig Zeit hat. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich Gespräch nicht gemacht. muss ich dazu sagen, mir war das nicht klar. Denn ich glaube wirklich, wirklich überzeugt, dass es nicht gut ist, wenn man in so einem Arbeitspensum ist. Ganz und gar nicht. Wenn es eventuell möglich wäre, das in Zukunft zu machen, wenn er Redaktionen und Autoren eingestellt hat, dann würde ich das gerne wiederholen. Ihr könnt den Talk natürlich gerne auf YouTube nochmal nachgucken. Ich finde, es war ein fantastisches Gespräch. und ich, ja, keine Ahnung. Und, ja, war gut. Fand ich sehr gut. Warum hast du ihm nicht gesagt, worum es geht? Weil ich das selber nicht wusste. Ich habe auch aus der Hüfte geschossen, aber das Problem ist, also ich schieße immer auf der Hüfte, das ist das Problem. Ich schieße immer aus der Hüfte. Bei mir ist es normal. Aber es war jetzt auch keine Hinterfragung von Fakten. Das war es ja nicht. Sondern es waren einfach Dinge, die man ohne Nacharbeit sagen kann. Wie das mit Alicia Joe. Das war jetzt keine Frage, auf die man sich vorbereiten musste. Meiner Ansicht nach. Ich bin da halt ein bisschen, ich bin da halt ein bisschen so Lucky Luke mäßig unterwegs. So, okay, schön. photos sich an Fakten kib und Club und und sind sie